Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei den Spezialermittlern. Heute Abend habe ich einen ganz besonderen Gast. Das ist absolut einmalig. Also mit mir hier ist Edmund Schönberger. Er ist Rechtsanwalt und nicht nur Rechtsanwalt, sondern er hat auch 40 Jahre lang gegen falsche Psychiatrisierung gekämpft hier in der Schweiz. Er ist ein absoluter Experte und er hat mir gerade gezeigt, er hat also eine Pfeildatenbank von 13 GB nur an Gerichtsdokumenten, dieses Thema betreffend. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, Edmund Schönberger heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Hallo Edmund. Hallo. Es freut mich auch sehr, dass ich dich getroffen habe. Das ist eine Sensation, weil in meinem Beruf habe ich, also ich nehme das mal schnell voraus, ich habe über 30.000 Dossier von Menschen, die zwangspsychiatrisiert worden sind und unter diesen war immer wieder die Klage zu hören, wir werden bestrahlt, es wird da irgendwo spioniert und und und. Und das ist natürlich von der Psychiatrie sofort als schizophren diagnostiziert worden. Also dich zu treffen mit diesem Thema, ich habe dann selber so ein bisschen recherchiert, aber ich habe natürlich jetzt, ich habe mit dir ja schon mal geredet, etwa vier Stunden über das Thema und da hast du mir also Material und Information gegeben und jetzt sehe ich, was wirklich dahinter läuft. Das konnte man, wenn man jetzt so etwas früher gesagt hat, ohne Belege, dann ist man Verschwörungstheoretiker oder selber, man spinnt, dass man das überhaupt glaubt. Aber das ist natürlich sensationell, wenn man das jetzt auch für diese Menschen, also sozusagen öffentlich machen kann. Nicht, also auch rasch noch vorgezogen, bevor ich vielleicht dann irgendwo anfange. Es gibt jetzt einen sogenannten UN, also United Nations Sonderbericht über Folter und diese Praktiken, die darin bestehen, also dass die Menschen mit diesen, wie ich dem sage, nur heimtückischen Nervengiften vollgepumpt werden. Diese Praktiken werden unterdessen als Folter in diesem Bericht bezeichnet. Ich habe schon früher in meinem, ich bin jetzt seit 43 Jahren in diesem Gebiet tätig. Ich habe dann am Schweizerischen Bundesgericht darauf gepocht, dass festgestellt wird, dass mein Klient gefoltert wird. Das ist alles abgewiesen worden. Das ist keine Folter. Das ist eine Anordnung einer ärztlichen Therapie. Aber gut. Also, jetzt... Was ich noch dazu sagen kann, also ich habe eine Frage und zwar diesen Bericht, den UN-Folterbericht, den du erwähnst. Ist das vielleicht der von Juan Mendes? Ja. Nämlich UN-Special-Rapporteur für Folter. Ist das der, der das geschrieben hat? Genau. Also, dass die Hintergeschichte bei dieser Story ist, dass meine Kollegin... Ich kann vielleicht den Leuten, die vielleicht neu dazugekommen sind, kurz sagen. Also, ich hatte in meinem Ermittlungsteam die Dr. Millicent Black. Also, sie ist eigentlich Pastorin. Moment, ich zeige mal die Dame. Und zwar, sie ist Pastorin in den USA. Moment. Und die Dr. Millicent Black wurde also wirklich schlimm implantiert, aber wirklich absolut unglaublich. Ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm und zeige das mal dem Publikum. Das hier ist meine ehemalige Kollegin Dr. Millicent Black hier. Und was wir von ihr haben, ist also ein Interview mit ihr, aber sie hat auch ganze, also, ich zeige das mal hier in groß, ups, Verzeihung. Und zwar ganze Röntgenaufnahmen von den Implantaten, die bei ihr illegal im Knie implantiert worden sind. Diese roten Kreise, die wurden vom Arzt markiert. Das heißt, sie hat vor allem im Kniebereich unglaublich viele künstliche Implantate. Gut, dieses ganz helle, das ist sein Knieimplantat. Ja, das wurde mit Absicht reingesetzt. Aber zusätzlich zu diesen Röntgenaufnahmen hat sie auch die Spezialaufnahmen einer Privatdetektivin, die sich eigentlich auf diese Körperimplantate spezialisiert. Und diese blauen Punkte zeigen eigentlich alle Orte, wo man an ihrem Körper Hochfrequenzemissionen gefunden hat. Das heißt, das sind Frequenzen in einem Bereich sehr ähnlich oder sehr dicht an dem, der vom Mobilfunk benutzt wird. Und das sind Frequenzen, die kann der Körper nicht selber emittieren. Das heißt, diese Frau ist höchst implantiert. Und man sieht vor allem, also Frauen werden meistens im Genitalbereich gechippt und auch noch also im Herzbereich. Und sie wurde, sie wird immer noch extremst gefoltert. Und sie hat auch als Pastorin Juan Mendes angeschrieben. Aber sie hat ihn zum Schluss, ich glaube, täglich, täglich hatte er von ihr eine E-Mail bekommen bezüglich, was man mit ihr alles gemacht hat. Man hat bei ihr Familienmitglieder ermordet und die Leute, die das machen, die sind alle bei der Air Force. Ja, also die Air Force probiert gerade diese modernen elektromagnetischen Waffensysteme aus und sie wählen Leute aus und schießen sie halt in Stücke, inklusive Familie und Kinder. Es ist absolut fürchterlich. Und sie hat Juan Mendes mit ihrem Fall, der jetzt immer noch in den USA passiert, ich glaube, anderthalb Jahre lang angeschrieben. Und es war genau die Phase, in der er diesen Folterreport veröffentlicht hat. Aber über ihren Fall hat er kein Sterbungswörtchen gesagt. Also es ist unglaublich. Ich habe mit dem Mann telefonisch gesprochen und er sagte mir dann auch am Telefon, ja, ich erinnere mich an den Fall ihrer Kollegin, aber ich weiß gar nicht mehr, ob wir in dem Fall eingeschritten sind. Und ich dachte nur, nein, Herr Mendes, Sie haben da einen Scheiß Dreck gemacht. Sie sind ganz bestimmt nicht eingeschritten. Aber ich finde das sehr interessant. Und genau wie du sagst, zum Schluss kam dieser Folterreport. Und was jetzt eigentlich feststeht, und sehe ich das richtig? Ich meine, du bist der Experte für internationales Recht. Wenn jetzt die UN das als international, also mit einem internationalen Report als Folter tituliert, besteht dann nicht auch, also wenn nicht ein Zwang, dann bestimmt ein gewisser Druck, dass endlich die Gerichte, die zwangs-, wie nennt sich das, die zwangsmedikamentöse Behandlung endlich auch als Folter gerichtlich so behandeln? Ja, das läuft auf das zu langsam, nicht? Eben, ich würde jetzt mal sagen, ich fange ein bisschen an zu plaudern, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin. Und da muss ich jetzt, gehe ich auf meine Homepage und hoffe, dass das dann klappt. Jetzt muss ich noch, ähm, nein, das ist nicht das, ähm, hast du jetzt meine Homepage gesehen, ja? Ich glaube, ja, und zwar, ähm, warte mal, ich glaube, ähm, was du machen musst, du hast mir eben noch ein Dokument, da geh mal noch zurück, ähm, ein paar Schritte auf die Homepage. Ich sollte das, ähm, mal kurz erklären, also, ähm, Edmund hat mir, wie er schon sagte, wir haben uns, äh, getroffen und, äh, vier Stunden lang gesprochen, das war höchst interessant, und er hat eine riesige Datenbank an Fällen, und man versteht eigentlich erst, was eigentlich weltweit und vor allem in der Schweiz passiert, wenn man sich eigentlich die Fälle anschaut und was zurzeit eigentlich vor Gericht wirklich passiert. Also, hier, äh, jetzt, äh, jetzt ist das der Experten-Einblick, wie das Ganze eigentlich wirklich vonstatten geht. Ich glaube, was du machen kannst, ist, mach mal das Bild auf groß, dann sieht man hauptsächlich den, äh, den Browser. Siehst du jetzt meine, ähm... Ja, ich sehe das. Jetzt muss ich auf Freigabe beenden gehen. Und dann oben, maximier mal den Browser, also ich sehe dich jetzt wieder. Jetzt, ähm, jetzt, ähm, jetzt gehe ich, ähm, auf Teilen, Links und Teilen. Genau, genau. Dann Freigabe beenden. Nein, nicht beenden, sondern jetzt auf Firefox unten. Genau, und das kurz maximieren, maximier mal das Fenster. Okay. Genau, perfekt. Das sieht man jetzt. Ja, genau. Und das ist... Kann ich auch so jetzt anfangen, darüber zu sprechen, wie ich auf das Thema gestoßen bin, ja? Ja, und was wir noch kurz machen sollten, ich möchte eigentlich, dass die Zuschauer deine Webseite auch selber öffnen. Dann, die Internetadresse ist Edmund.ch. Edmund.ch. Okay. Okay. Also, ich bin mitten im Zweiten Weltkrieg geboren worden, Sohn von Lehrern, Großeltern, Lehrer. Ich bin in einem Schulhaus geboren worden, ich bin vom ersten Tag in die Schule gegangen. und dann durch das schweizerische Erziehungssystem geschleust worden, bestehend aus Kindergarten, Primarschule, Gymnasium und dann Universitätsstudium. Und das hat rund zusammengezählt 25 Jahre gedauert. Und ich war der Ansicht, im besten Land der Welt zu leben. Das ist uns in der Schule so irgendwie vermittelt worden. Und wenn immer, ich war dann während dem Studium zum Beispiel Taxichauffeur, dann habe ich amerikanische Gäste. Ich war dann in der Westzeit beispielsweise in den Semesterferien, habe ich amerikanische Gäste dort an die verschiedenen touristischen Orte geführt und dann damals geschwärmt von der Schweizer Geschichte, den Wilhelm Tell, der da den Gessler getötet hat. Der Gessler war der Vogt der Österreicher. Und so haben sich dann diese Schweizer befreit. Geboren bin ich in der Zentralschweiz. Der Ort heisst Cham. Und von diesem Ort, also ich weiß nicht, ob die Menschen denn das Epos von Schiller kennen, der Wilhelm Tell. In diesem Epos beschreibt dann der Schiller, wie das mit dem Tell passiert ist. Also der Tell, der Gessler ließ auf dem Marktplatz dort in Altdorf eine Stange aufstellen mit einem Hut drauf. Hut heisst auch für die Juristen sofort, Hut hat die Bedeutung von Macht. Also der Papst hat eine Tiara, der König hat eine Krone und die Herzöge haben ihre Hüte. Und der hat also der Gessler vom Volk verlangt, wer über diesen Platz läuft, der muss sich vor diesem Hut verbeugen. Da kommt der Tell, ein Jäger mit seiner Armbrust und der läuft der Arm vorbei und der wird gefasst von den Schergen. Und dann kommt er vor den Gessler und der Gessler sagt, das geht nicht, ich strafe dich jetzt. Und die Strafe besteht darin, dass du deinem Sohn einen Apfel vom Kopf schießen musst. Und der war natürlich fürchterlich, oder? Der Sohn wurde hingestellt, ein Apfel auf den Kopf und der Wilhelm Tell musste schießen mit seiner Armbrust. Und dann hat er geschossen und aber den Apfel getroffen. Und dann hat aber der Gessler gefragt, ich habe gesehen, du hast noch einen zweiten Pfeil in deinen Gürtel geschoben. Warum? Und dann hat Tell ihm gesagt, wenn ich meinen Sohn getroffen hätte, wäre dieser zweite Pfeil für dich bestimmt gewesen. Und dann hat der Gessler gesagt, ja, ich habe dir zwar jetzt gesagt, dass ich dein Leben, ich nehme dir dein Leben nicht. Aber ich werde dich jetzt dafür an einen Ort bringen, wo dir Hören und Sehen vergeht. Und dann sind sie mit dem Boot über den Urnersee gefahren. Und dann kam ein riesen Sturm und das Schiff drohte zu sinken. So musste der Gessler dem Tell gesagt, du bist ein kräftiger Mann, nimm du jetzt das Steuer und schau, dass wir jetzt aus diesem Sturm rauskommen. Und dann hat der Tell den Kahn Richtung Ufer gesteuert, aber im Entscheidung hat er seine Armbrust gepackt, die auch dort auf dem Boot war und hat sich mit einem Sprung ans Ufer gerettet und das Boot abgestoßen und ist dann nach Küsnacht gegangen, weil er wusste, der Tell kommt nachher durch Küsnacht. Nach dem Epos ist der Tell der Gessler durch diese Küsnacht auf irgendeinem Pfad geritten mit seinem Gefolge und der Tell hat sich in den Büschen versteckt und als er kam, hat er ihn mit seiner Armbrust getroffen, tödlich. und dieses Epos ist von den Schweizer dann benutzt worden um das zu sagen was die Schweizer sind, nämlich ein Volk, das sich von der Tyrannei der Österreicher befreit hat und dann der Tell, der dann diesen Gesser auf diesem Weg und das war eine hohle Gasse wie wird das vom Schilder beschrieben so versenkter Weg und rechts und links die Büsche für diese Gasse und ich war dort in der Schule und ein Jahr war also einfach obligatorisch dass dann die ganze Klasse einen Ausflug machte, das waren vielleicht 20 Kilometer dann sind wir als Kinder 20 Kilometer gelaufen und hat man uns diese hohle Gasse gezeigt und jetzt heute weiss man, dass das alles erfunden ist, dieser Gesser hat gar nicht existiert in der Schweiz das hat der Schilder irgendwie aus nordischen Überlieferungen dann in die Schweiz verpflanzt aber wir waren der Ansicht das ist die Schweiz und so habe ich wenn ich mit anderen Menschen zu tun gehabt habe habe ich die Schweiz auch so dargestellt und mich als Teil dieser Schweizer gefühlt die da dieses wirklich also das die die älteste Demokratie der Welt hüten und 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 dann ist das entscheidende passiert nachdem ich Anwalt geworden bin da habe ich natürlich also unter uns gesagt immer habe ich doch irgendetwas hat nicht gestimmt also irgendetwas hat mich immer intrigiert ich wollte dann nicht sofort Anwalt werden sondern habe gedacht ich gehe mal in die Entwicklungshilfe da bin ich an die eidgenössische technische Hochschule gegangen habe ich noch rund ein Dutzend der interdisziplinäre war das dieser dieser Kurs rund ein weiteres Dutzend Disziplinen kennengelernt und kann dann irgendwie wenn man den Dr. Faust von Goethe kennt habe nun auch Philosophie Juristerei und so weiter Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heissem Bemühen da stehe ich nun in Armador und bin so klug als wie zuvor und ich kann jetzt sagen ich habe nun da die Juristerei und dann noch weitere ein Dutzend Fakultäten studiert durchaus mit heissem Bemühen aber ich mache das nicht wie der Goethe ich sage nicht ich bin da stehe ich nun ich arme Tor und bin so klug als wie zuvor sondern ich sage jetzt weiss ich was läuft also das habe ich dann kennengelernt und die Zäsur war dann ich war dann in einem Einsatz in Afrika ein halbes Jahr dann habe ich gesehen was die schweizerische Entwicklungshilfe ist in der Theorie wurde uns das an diesem Kurs erklärt dass die Aktionen der schweizerischen Wirtschaft als Entwicklungshilfe gelten das ist der grösste Witz ich war dann dort unten und habe gesehen wie diese also Ureinwohner ausgebeutet werden also das das ist das sind einfach neue Märkte um nachher noch die um einfach das was in diesen Demokratien Sache ist also zu perfektionieren eben und dann bin ich zurückgekommen und habe Kollegen getroffen und das das war dann nach 1968 da waren die Pariser Unruhen wo die Studenten revoltiert haben das hat dann übergeschwappt nach Deutschland und so weiter eigentlich nach ganz Europa und so als Nachwehen dieses dieser kleinen Revolution war diese Zeit da ich dann anfing als Anwalt zu praktizieren war die das Klima eigentlich parat etwas ein bisschen kritisches aufzubauen dann waren wir zu dritt drei Kollegen haben wir in Zürich das berühmt berüchtigte Zürcher Anwalts Kollektiv 1975 gegründet und dort hatten wir und das hat mein Leben bestimmt und darum hocke ich jetzt hier und rede das dort hatten wir zwei wichtige Prinzipien das eine Prinzip war nie einen wirtschaftlich stärkeren gegen einen schwächeren zu vertreten und denn und das zweite war wir haben Beratung angeboten jeden Nachmittag ohne Voranmeldung und dann sind weil nie einen wirtschaftlich stärkeren gegen eine wirtschaftlich schwächeren vertreten bedeutet automatisch dass unsere Klientel die allerletzten die allerärmsten waren also die von der Psychiatrie verfolgten von der Strafbehörde verfolgten von den damals Vormundschaftsbehörden Vormundschaftsbehörden das ist die die einen Menschen völlig entrechten können entmündigen können und 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 die Mieter die 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 Arbeitnehmer jeden Tag zehn Leute im Wartezimmer und das habe ich 18 Jahre lang gemacht dort da habe ich also es gibt nichts was ich nicht gehört habe und ich kann jetzt also ohne rot zu werden kann ich behaupten ich bin besser informiert als der Chef der Geheimpolizei in der Schweiz was in der Schweiz abläuft weil der bekommt ja nur seine Berichte von seinen Spionen ich aber habe also ich habe über 30.000 Dossier in meinem Kopf und zwar von Menschen die mir brühwarm aus erster Hand geschildert haben was ihnen widerfahren ist von diesem Staat und das 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 für mich also auffälligste war dann da kamen Menschen jeden Tag ein bis zwei Personen die in der psychiatrischen in einer psychiatrischen Anstalt interniert waren und die haben ihr leid geklagt und ich habe von dem damals am Anfang nichts gewusst ich was wusste ich von der psychiatrie nichts das ist alles versteckt geworden und dann haben sie mir das geschildert was ihnen passiert ist und ich habe immer gesagt die haben sicher etwas auf dem Kerbholz sonst sperrt man doch keinen Menschen ein und dann bin ich auch in die Anstalten gegangen habe sie besucht und dann habe ich so Menschen so humpelnd sieht man mein Bild im jetzt oder sieht man nur meine Homepage hallo ja weil ich noch so kann man kann man mich noch mit einem Bild zeigen dann kannst du auf dein Bild teilen weil ich noch bewegungen mache wo ich jetzt imitiere wie die wie ich die menschen dort erlebt habe in diesen abteilungen nicht wie sie also trostlos wie nur etwas die sind dann so langsam haben sich bewegt geifert also die unmöglichsten Symptome Symptome gezeigt und ich habe gedacht aha das sind jetzt also die geisteskranken ja das gut und aber je länger und dann kam der Durchbruch dann habe ich den Dr. Mark Ruf kennengelernt das habe ich schon vor ihm entdeckt dann habe ich einfach gesehen warum die sich so bewegen und das sind diese heimtückischen nerven giften die dann diesen menschen täglich aufgezwungen werden ich bin so froh dass du das erwähnst weil also ich habe ein paar erfahrungen gemacht wo opfer in die psychiatrie gesteckt worden sind und Menschen die ich vorher kannte denen es eigentlich super ging da hat der geheimdienst irgendetwas inszeniert und dann ein Beispiel beim anderen Beispiel kam was komplexeres und dann kommt immer diese CIA methoden immer ganz viel lärm und das ist jetzt furchtbar 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 so wirklich wie die kopflosen hühner und dann stecken sie diese Menschen die psychiatrie unter irgendeinem Vorwand und dann sieht man wie diese Nervengifte eigentlich sofort diese Menschen also erst einmal nehmen und und zweitens auch also komplett die Sinne Opfer dem wurde irgendwas gegeben und es hat die Atmung gelähmt innerhalb der ersten 24 Stunden also die ersten 24 Stunden dachte er er wird ersticken und bei einem anderen bei einer anderen Frau da war ich mit dem Vater dort und der Vater war schockiert und hat gefragt was haben die jetzt mit meiner Tochter gemacht also er hat mit ihr eine halbe Stunde vorher noch am Telefon gesprochen mir ging super und so wie man diesen Leuten diese Nervengifte gegeben hat waren die weg also es ist eine Katastrophe und ich finde das so gut dass du das betonst mit diesen Nervengiften weil das eigentlich auch also wenn das Medizin sein sollte dann ist das höchst kriminell und das geht gegen den hypokratischen Schwur eigentlich den jeder Arzt eigentlich leisten sollte und das ist auch in in der Schweiz so oder dass die Psychiater auch diesen Eid oder ein Eid an den hypokratischen Eid leisten müssen oder ja natürlich eben also gut dann habe ich das dort gesehen es war ja dann aber eben nicht nur die Psychiatrie sondern es waren auch ich bin in sämtlichen Anstalten Strafanstalten Gefängnissen in den Heimen wo die Jugendlichen ihre Freiheit beraubt werden also ich bin zusammengezählt in meinem Leben monatelang im Knast und in den Psychiatrien gewesen als natürlich Besucher als Anwalt der die Klienten dann zu verteidigen hatte und jetzt eben habe ich eine solche Fülle von anderen Informationen dann erhalten nicht ich war ein Gehirn gewaschener Kuh Schweizer nicht der an die Demokratie geglaubt hat und dann habe ich das gesehen was uns nie erklärt worden ist auf der Uni haben kein einziges Wort keine einzige Vorlesung über Zwangsphichiatrie das war also Menschenrechte auch gar nicht da hatte die Schweiz ja gut ich bin 70 habe ich an der Uni abgeschlossen aber als ich Anwalt war da war hatte die Schweiz 1974 die europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert aber das war kein Thema gar nichts okay dann habe ich es kam dann natürlich das Thema psychiatrie gut ich will rasch einen Fall schildern der mir ganz ziemlich so 75 widerfahren ist da hatten wir eben diese Rechtsauskunft da kam eine Dame und ich hatte dort mein kleines Büro es war früher ein Badezimmer das ich selber noch umgebaut habe bevor wir das Büro aufgemacht haben und da saß sie und sie hat gesagt jetzt habe ich einen eine Vorladung vom Stadtarzt bekommen ob ich sie begleiten könne ja gut das ist ja dafür bieten wir uns an da hatte ich eine Vespa dann habe ich sie auf den Sozius Sitz das ist der Sitz hinten dem Pfarrer gesetzt und dann bin ich zu diesem grauen Gebäude wo der Stadtarzt residierte gefahren reingetreten der hat uns die Türe geöffnet uns höfig begrüsst bitte nehmen sie Platz eine kleine konversation so über dieses und jenes ein bisschen war er erstaunt dass die jetzt mit einem Anwalt kommt nicht aber dann nach fünf minuten ging die tür auf das hat er wahrscheinlich zum voraus so terminiert kamen zwei schwergewichtige weissbekittelte Sanität allein er hat sich erhoben und gesagt so jetzt Frau G ich mache mich noch den Namen erinnern ich sage jetzt nur den ersten Buchstaben Frau G ich muss sie in die psychiatrische klinik klinik ein klinik ein ich hocke neben meiner klientin dort das hat mich natürlich also da habe ich gesagt ja da das habe ich spontan angefangen zu reagieren habe gesagt ich bitte sie mit mir in einen anderen raum zu kommen mit diesem arzt hat er zugestimmt wir sind in einen anderen raum gegangen was einzig vorlag offiziell war dass diese Frau der Polizeiginig gesagt hat es würden ihrem Zimmer nächtens blitzen und habe gesagt das ist doch kein Grund einen Menschen einzusperren das geht doch nicht und 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 nicht blitzen kann ja zum Beispiel deswegen entstanden sein weil in der Nacht irgendwelche Autos gefahren sind und zufälliger Weise so eine Spiegelung statt gefunden hat genau die in ihr Zimmer hinein diese Blitze jagte nicht das ist durchaus möglich auf jeden Fall gut also er hat dann davon abgelassen hat gesagt gut nehmen sie die Klientin und gehen sie wieder auf meine Vespe geladen und bin auch weg gefahren nicht das war so ein Schlüsseler Erlebnis am Anfang dann kam entschuldige dass ich dich unterbreche ich möchte eigentlich den Fluss des Interviews nicht unterbrechen aber ich muss sagen als Ermittlerin finde ich das so unglaublich interessant was du da schilderst ich werde sofort hellhörig einfach aus dem Grund weil dieses nächtliche Blitzen ist eigentlich die Standard Angriffsmethode mit Mikrowellenwaffen und das kommt daher also zum Beispiel du sagst dass es 1975 passiert und diese Mikrowellenwaffen die wurden bereits in den 40er 50er Jahren entwickelt aber in den 60er und 70er Jahren hat man sehr viele Experimente an der Bevölkerung gemacht das heißt wenn man zum Beispiel mit einem Mikrowellenpuls beschossen wird wenn das es geht halt durch die Wand durch durch den Kopf durch aber so wie der optische Nerv beschossen wird kann da einfach entsteht da ein Stromfluss beziehungsweise Energie wird abgeladen und das sieht tatsächlich so aus als ob das im ganzen Raum blitzt das heißt für mich wenn irgendjemand sagt er sieht vor allem nachts Nachtblitze dann mittlerweile denke ich sofort ok Mikrowellenwaffen und das würde auf einen Schlag erklären wieso sie so unglaublich also ich meine der Arzt hätte auch selber sagen können also sind sie nicht sicher dass da vielleicht eine neue Straße eröffnet wurde und jetzt scheinen die Scheinwerfer rein oder irgend so was aber dass das überhaupt nicht abgeklärt wurde das zeigt für mich dass das System beziehungsweise dieses Kriminalnetzwerk bereits schon sehr wohl wusste da läuft was ganz Kriminelles und man muss die Leute so schnell wie möglich wegstecken und dass sich mittlerweile immer wieder und was du jetzt sagst aus den 70er Jahren das ist so der Beginn dieses ganzen also ich kann dir sagen dieses Programm seitdem explodiert also unglaublich ja eben gut und dann also da kommen die Fälle neben allen anderen Feldwald und Wiesenfälle hatte ich dann 1984 hat sich ein Anwalt an mich gewinnt und gesagt es sei da ein Klient in der Rheina aber er könne diesen Fall nicht führen ob ich ihn übernehme und das war ein Mensch der war 23 Jahre bereits in den psychiatrischen Anstalten ununterbrochen ununterbrochen auch zwangsbehandelt mit Haldol mit Nozinan das sind die ganz damals die ganz schrecklichen Gifte die eingesetzt worden sind und dann habe ich angefangen den verteidigt die bin ich zu ihm nach in die Raunau gefahren dann er hatte bereits schon das Gericht angerufen die Schweiz hat dann 1974 noch kein Gericht zur Verfügung gestellt obwohl der Artikel 50 4 der europäischen Menschenrechtskonvention sagt wer seiner Freiheit wer also von Haft betroffen ist hat das Recht ein bei einem Gericht ein Verfahren zu beantragen wo die Rechtmäßigkeit der Haft geprüft und im Falle der Unrechtmäßigkeit der Betroffen entlassen wird und die 1974 war das stand das schwarz auf eis auch für die Schweizer in ihrer ratifizierten Konvention haben sie nicht darum gekümmert hat sie nicht interessiert es gab kein Richter erst auf Druck einer Zeitschrift das war ein Chefredakte der sich wirklich für diese Menschen in der Psychiatrie ein bisschen angenommen hat mit diesem Druck ist es dann gelungen 1981 diesen Leuten ein Gerichtsverfahren zu offerieren aber da sieht man wie das funktioniert es gibt dann hat dann dort von diesem Gericht eine Statistik gegeben da habe ich die ersten von 81 bis 88 analysieren können das war bei 250 Klagen oder Verfahren 10 Gutheißungen pro Jahr nicht also zu vernachlässigen es es ist also um das auch zu sagen ich habe dann zum Beispiel stand auch Artikel 5 Ziffer 3 EMRK sagt wer strafrechtlich verhaftet wird der muss einem Richter vorgeführt werden der die Haft bestätigt und die Schweizer auch 74 gratifiziert diesen Artikel kein Richter sondern der Ankläger verhaftet und klagt dann den Betroffenen an dann habe ich einen Fall bis nach Straßburg gezogen da war zufälligerweise der gleiche der nicht der gleiche einer hat ein Ankläger hat verhaftet und ein anderer hat angekuckt hat der Gericht oft gesagt ok das sind zwei verschiedene Personen gewesen also das geht noch dann habe ich auf den nächsten Fall gewartet der Alltag war in der Schweiz nämlich eine Klientin das ist der Fall Jutta Huber gegen die Schweiz das kann man recherchieren im Internet die ist vom gleichen Bezirksanwalt also Ankläger Staatsanwalt nicht verhaftet worden und angeklagt worden und dann hat der Europäische Gerichtshof die Praxis gekippt der erste entscheid dann wurde 1993 war das eine Verhandlung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde das wurde in Schweiz verurteilt diesen Artikel 50 für 3 EMRK verletzt zu haben aber da sind ja tausende betroffen gewesen jetzt müsste doch ein Staat der irgendwie es mit Recht oder Gerechtigkeit hält der müsste sagen jetzt haben wir so und so vielen Menschen Unrecht angetan wir haben ihre Menschenrechte gebrochen kein Hahn hat danach gekrät ich habe noch so 1 2 Verfahren die gerade hängig waren habe ich dann die Feststellung von den schweizerischen Gerichten verlangt das hat da habe ich so einen entscheid erstritten könnte ich jetzt aus meiner Sammlung herausholen aber lassen wir das ich komme auf diesen Klienten zurück der dann mit 23 dann hatte ich damals gerade ein Berufsverbot das war dann als wir dieses Kollektiv geöffnet haben sind wir so gebüßt worden 1000 Franken Busse wegen aufdringlicher Empfehlung nachher ein Verfahren nach dem anderen ununterbrochen und und ich dann waren die das ist vielleicht dem Publikum nicht bekannt dann waren die Zürcher Unruhe und das ist wie ein Funke plötzlich 1980 ist auf die Jugend übergesprungen und dann gab es Demonstrationen die sind durch die Bahnhofstrasse gewandert und habe mit dem Pflasterstein die damals noch waren die alle Schaufenster zertrümmert nicht und dann habe ich das war jetzt schon fünf Jahre später da habe ich natürlich das ziemlich schon durchschaut was da läuft dann habe ich in einem Interview einer Zeit gesagt also unter den herrschenden Umständen finde ich es gerechtfertigt dass man mit Steinen Schaufenster einschlägt um darauf hinzuwiesen was da alles feil im Staat in Dänemark ist da bekam ich einen Monat Berufsfurt für diese Bemerkung und das war aber genau dann als ich diesen Klienten hatte und dann habe ich mich einen Monat in die Innerschweiz in ein Bauernhaus zurückgezogen und habe seine Akten einen Riesenbund durchgeackert und habe dann die Stellungnahme für ihn verfasst warum er entlassen werden muss und dann fand die Gerichtsverhandlung statt das heißt nein es fand nicht einmal eine Gerichtsverhandlung statt der wurde dann einfach durch einen Entscheid dieser damals zuständigen Behörde wurde gesagt nein das Entlassungsgesuch wird abgewiesen und dann habe ich insgesamt also mit sechs Journalisten bin ich dann in diese Anstalt runtergegangen und dann dieser Rittmann vom Beobachter hat unter anderem auch wir hatten damals einen Döschwo bin ich mit ihm dort runtergerattert wir sind mit ihm in ein Restaurant gegangen und nachher ist der Rittmann nach Hause gegangen hat dem Chefarzt Knab einen Brief geschrieben und ein paar kritische Fragen gestellt eine Woche später obwohl diese Kommission das Begehren abgewiesen hatte eine Woche später wurde er entlassen und dann hatte ich ihn und dann habe ich gewusst also ich meine wer 23 Jahre gelernt hat sich in einer psychiatrischen Anstalt bewegen zu müssen also da hat man ja keine also irgendwelche Manieren mehr nicht und natürlich wenn man so dann auf die schweizerische bürgerliche Gesellschaft schrift der wäre am anderen Tag schon wieder in der Reine gelandet wenn ich nicht sofort dahinter mich gesetzt hätte ihn dann weiter zu verteidigen die beste Methode war er war entmündigt nicht die vormundschaftsbehörde hat vor vor die nase gesetzt und dann habe ich mich zu seinem vormund bestellen lassen sodass nachher jeder die polizei wenn immer etwas vorfiel dann stand ja in den akten wer der vormund ist und die mussten dann zu mir kommen und dann habe ich er ist nie mehr in die anstalt gekommen er ist mit 81 Jahren gestorben dieser mensch und in den akten stand er muss bis ad calendas grecas muss er in der anstalt sein das war vorgesehen er wäre dort natürlich gestorben mit all diesen giften also das war nicht das war dann konkret und da habe ich mir gesagt also schon einfach am anfang als ich dann in diesem Anwaltskorrektiv diese täglichen Betroffenen erlebte habe ich mir gesagt wir haben uns am Anfang auf Strafverteidigung konzentriert unter anderem haben wir so RAF-Leute die in der Schweiz strafrechtlich verfolgt worden sind verteidigt haben in diesem Zusammenhang ein lebenslängliches Berufsverbot erhalten weil wir gesagt haben die Schweizer foltern diese Menschen das wurde dann aufgehoben auf ein Jahr reduziert aber damals habe ich mir gesagt dieses Thema werde ich einmal aufgreifen nachdem dieser also dann war das in den 80er Jahren ich immer wieder verfolgt hatte ich vier Verfahren parallel gegen mich unter anderem auch ein Berufsverbotsverfahren ein Strafverfahren sogar es ist mir vorgeworfen ich unbewaffnet hätte zwei Polizisten beide hatten eine Knarre im Halfter durch schwere Drohungen in Angst und Schrecken versetzen und ich bin duldig gesprochen worden nicht und und also das heißt es ist eine Szene gewesen nur um zu zeigen wie das läuft nicht ich bin mit meinem Velo durch eine Einbahn ich bin dann immer Velo gefahren in diesen Jahren mit meinem Velo durch eine Einbahnstrasse gefahren die waren dort und habe mich angehalten okay gut die haben mich erwischt was macht das schon aus habe ich gesagt du ich zahle die Puste nein das Velo könnte gestohlen sein sie müssen auf den Posten kommen habe ich gesagt Schlüssel aus dem Sack gezogen nein sehen sie ich habe sogar den Schlüssel also wenn ich es gestohlen hätte hätte ich den Schlüssel nein auf den Posten kommen wir auf den Posten der Polizist der der Wortführer ist der sagt so ich werfe Bahnstraße gefahren was sagen sie dazu habe gesagt ich mache von meinem Recht gebraucht die Aussage zu verweigern hat er gesagt nein das gibt es hier nicht habe gesagt und das gibt es hier und hat sich der Postenchef eingemischt und hat gesagt dem Kollegen ja mach jetzt das so du schreibst in den Rapport was du gesehen hast und was ich dazu gesagt habe ist ein bisschen verrückt geworden hat gesagt gut setzen sie sich dort auf die Bank habe ich gesagt es gibt keine Vorschrift wonach ich mich setzen muss ich bleibe stehen und dann hat er mich gepackt und in die Abstandsstelle buxiert Abstandsstelle und da habe ich ein Phänomen erlebt natürlich als Strafverteidiger sind die Menschen werden ja dann verhaftet und auch in diese Zellen buxiert eine Zelle weiss kein Stuhl kein Bild nur ein Oberlicht und die haben immer und man spricht vom Verhaft Schock das ist ein Begriff den ich aber nie richtig verstanden habe aber dort habe ich ihn in Sekunden Bruchteilen habe ich ihn selber erlebt also ein Bruchteil von Sekunden habe ich gemeint jetzt verliere den Verstand gut ich war irgendwie stabil genug dass ich ihn nicht verstohlen habe ich war dann in dieser Zelle habe ich die die Wände gesehen Fußspuren nicht Gummisohlen abriebe Menschen tobende Menschen das ist ganz klar ich habe mal einen Film gesehen wie man in Indien einen Elefanten fängt mit Urwaldbäumen eine Palissade und lockt ihn hinein wenn der dort drin ist wie der reagiert oder überhaupt jedes normale freie Tier nicht fängt an die Freiheit zu verteidigen und so ist natürlich der Mensch an sich der freie Mensch wenn er nicht schon vorher gebrochen worden ist reagiert so normal menschlich und dann ist dann so gegangen die haben mich dann nach einer halben Stunde rausgeholt und haben gesagt wir fahren sie zum Rebello zurück sind wir zurückgefahren habe ich ihnen gesagt das fällt noch auf euch zurück und bin ich am anderen Tag um die Schreibmaschine gehockt und habe eine Anzeige gegen Freiheitsberaubung formuliert nichts gegangen drei Monate nichts gegangen nach drei Monaten ist denen meine Anzeige vorgehalten worden wir haben sie reagiert mit einer Gegenanzeige eben ich hätte sie mit durch schwere Drogen in Angst und Schrecken versetzt eine Völkung vollkommen das war bin ich überzeugt damals dann benutzt worden so jetzt wollen wir diesen Anwalt mal lernen und dann gab es eine Verhandlung und ich wurde zu drei Monaten Gefängnis verurteilt bedingt natürlich also wenn man das erste Mal strafrechtlich verurteilt wird wird das nicht vollzogen ich bin durch alle Instanzen gegangen Berufung ans Hobegericht die haben das bestätigt dann habe ich eine Beschwerde ans Bundesgericht gemacht und diese Beschwerde ist nie behandelt worden und somit gibt es wenn man dann rechtskräftig verurteilt ist gibt es einen Eintrag im Vorstrafenregister ich bin in keinem schweizischen Vorstrafenregister eingetragen weil dieser Fall offenbar also entweder absichtlich oder nach irgendeinem versehen beim Bundesgericht schubladisiert worden ist er kam nie zurück sodass nie irgendwo eine Rechtskraft Bescheinigung für das kantonale Urteil vorhanden war so bin ich nicht mehr vorbestraft obwohl ich ein Urteil habe ich sein zu treten also gut das sind alles Erlebnisse aber dieser Fall der von diesem Klienten dann habe ich sofort im 84 eine Klage also ich war dann eben wie gesagt mit vier parallel fahren dann habe ich mir gesagt ich muss mich aus der Schusslinie nehmen einen Schritt zurück dann bin ich ich bin wie ich gesagt habe ich bin Taxi gefahren während habe ich noch einmal die Taxi prüfung gemacht bin anderhalb Jahre Taxi gefahren und dann sind diese Verfahren alle irgendwie die haben sich erledigt ohne irgendwelche Folgen und dann habe ich aber schon für diesen Klienten im 84 eine Klage gestartet für das dass sie ihn das war alles illegal nicht schon der wurde nicht von der vormundschaftsbehörde einge die musste das bestätigen eine solche bestätigung lag nicht vor das war alles formell nichtig dann wurde er ja ab vier das war er 61 ist er eingewiesen wurde dann ab 74 hätte er ja dieses gericht haben können kein gericht das war alles auch illegal nur um das den prozess diesen faden rasch zu wählen der wurde dann nach zehnjährigem prozess erstinstanzlich wurde das urteil abgewiesen habe berufen gemacht und zweitinstanzlich wurde ihm dann 130.000 franken bezahlt für 23 jahre mit einem trick nicht dann hat das gericht gesagt dann waren diese zürcher unter ruhen dann haben sie gesagt ja vorher wäre das klima in der gesellschaft nicht so gewesen dass man einen solchen menschen hätte ertragen können aber durch diese unruhen ist jetzt ein klima geschaffen worden dass ein solcher mensch auch in der stadt zürich hätte aufgenommen werden können er hätte also 1982 entlassen werden müssen statt erst 1984 und haben ihn für zwei jahre entschädigt das war dann der trick nicht aber gut ich habe mir gesagt also schon ganz am anfang des anwalts kollektivs dieses thema greife ich auf und dann habe ich ganz kurz das anwalts kollektiv erwähnt ich würde ganz gerne weil unsere zuschauer wirklich international sind aus dem ganzen deutschsprachigen raum und auch noch weiter gesteckt ich möchte gerne mal den leuten zeigen was das anwalts kollektiv ist du weißt das ja und ich weiß es auch sehr gut ich war auch schon mehrmals beim anwalts kollektiv persönlich und ich möchte mal ganz kurz zeigen für die leute die nicht in der in der schweiz leben dass die Rechtsauskunft anwalts kollektiv das ist ein ein ort wo man hingehen kann und man bekommt eine sprechstunde mit von einem anwalt ohne voranmeldung also das ist ich bin hier richtig auf der webseite oder das ist direkt und also das ist anwälte finden genau oben ist dann anwälte anwalt finden drück mal drauf und jetzt unten nach jetzt da findest du mich nämlich auch auf dieser liste hier nach namen suchen genau hier sind die ganzen namen der ganzen anwälte die dort arbeiten und hier unter moment also hier unter e habe ich urs es man ich suche dem schönenberger und die sprachen die du sprichst sind englisch französisch italienisch und serbisch hier ist auch die webseite und eine kontakt adresse die ist neu jetzt habe ich eine andere aber die kommen noch an die mails an diese die kommen noch an und hier ist auch deine webseite auf meiner webseite kannst du das mail andrücken dann kommt die richtige dort hier ist die richtige unten admund mts.rs also das ist auch ganz ganz wichtig und ich wollte eigentlich den Leuten erklären wie unglaublich wichtig diese Arbeit ist als ich hier in die Schweiz kam und in der Schweiz das allererste Mal mit elektromagnetischen Machen angegriffen wurde ich konnte mir damals einfach keinen Anwalt leisten und in diesem Thema möchten die Anwälte auch nichts zu tun haben das heißt der einzige Ort wo ich eigentlich Auskunft finden konnte war das Anwaltskollektiv und man geht dann hin und das ist wirklich fantastisch also es ist den ganzen Nachmittag offen sechs Stunden am Nachmittag und man bekommt eine Beratung und man bezahlt einfach einen Standard seinen Pauschal Betrag das war am Anfang 30 Franken ja also mittlerweile sind das 70 Franken aber im Vergleich zu dem was in Zürich ein Anwalt verlangt 250 nicht ja genau 250 um einen überhaupt also ich sage mal für 250 oder unter 250 bekommt man nur einen abschätzenden Blick und wenn man noch mehr haben möchte dann muss man auch dementsprechend blechen aber es ist unglaublich weil das also jedes mal wenn ich dort war diesen Service benutzen Voranmeldung ist hat man nicht immer die Chance dass man da hingehen kann und wenn man einfach nur geduldig ist kann man am selben Tag noch einen Anwalt sprechen und das ist absolut gold wert muss ich sagen und ich war so absolut baff ich wusste nicht dass du an der Gründung dieses Anwalt kollektivs beteiligt warst und als ich das erfahren habe war ich einfach schwer beeindruckt weil das ein Service ist der eigentlich überall auf der Welt gestartet werden sollte um jedem ja wenn die Leute keinen Zugang zu den Gerichten haben und zu der ganzen Jurisprudenz dann haben sie eigentlich auch keinen Zugang zur Gerechtigkeit dann kann man die ganze Gesellschaft gleich knicken also das und auch was du eben erzählt hast von diesem ganzen Fall also ich muss auch sagen was du erzählst von diesen wiederkehrenden Berufsverboten das ist eigentlich für alle Leute die professionell Opfern helfen immer wieder der Fall also entweder wird man physisch angegriffen von zum Beispiel diesen Geheimdiensten die diesen Service leisten dass sie dann Menschen bedrohen oder man bekommt administrativen Terrorismus wie Berufsverbote auch ganz also es geht sogar bis hin zu falschen Strafzetteln wegen Selbstmacht Ich bin ja schon in einem gewissen Alter ich bin jetzt im 77. Altersjahr und ich muss jetzt austreten und dann kannst du unterdessen kannst du zuhören Ich werde das ganz kurz erzählen gut bis du wieder da bist und was ich Moment ganz kurz was ich noch ganz kurz erzählen wollte also alles was Sie jetzt hören meine Damen und Herren ist wirklich also von einem echten Rechtsanwalt der sich 40 Jahre lang mit diesem Thema befasst hat und diese ganzen Menschen die in die Psychiatrie eingesperrt worden sind das ist absolut unfassbar was da alles von den Ärzten nicht teilweise fälschlicherweise teilweise aber meines Achtens nach mit aktiver Boshaftigkeit und aktiver Kriminalität da alles unterstellt worden ist und heutzutage finden wir heraus dass alles bereits schon in den 70er Jahren sehr viel dieser Sachen auf moderner technologie basiert ist das heißt eine sache die ich Ihnen gerne heute auch noch kurz zeigen möchte während dieser kurzen pause ist etwas was ich gestern komplett frisch neu bekommen habe von einem opfer und zwar geht es hier um sogenannte halluzination sogenannte halluzination man kann es gibt eine bestimmte technologie und zwar handelt es sich das heißt man kann ein transparentes kleines ding das ist fast wie eine kontaktlinse auf das auge raufsetzen aber das ist noch dünner als eine kontaktlinse das heißt das ist dann komplett eigentlich fest auf dem auge aufsitzend und auf dieser dünn film technologie das ist genauso wie ein computer bildschirm nur halt transparent kann man alles mögliche eigentlich senden und als film abspielen das heißt ganz viele menschen die sich über halluzination beschweren kann es sein dass der geheimdienst diese dünn film technologie implantiert hat und die anzahl der leute bei denen man diese implantate bereits gefunden hat ist viel viel höher als sie sich das vorstellen können ich möchte ihnen mal kurz zeigen wie so ein augen implantat aussieht weil ich gestern ganz frisch dieses beweismaterial von einem opfer bekommen habe und ich habe auch die erlaubnis das ganze zu benutzen und ihnen das zu zeigen ich möchte ganz kurz meinen bildschirm teilen und ihnen meine webseite zeigen auf meiner webseite stopp007.org finden sie hier unten es ist jetzt auf englisch aber sie müssen nur das bild sehen unter equipment und detection also ausrüstung und messung hier auf diesem bild was so technisch aussieht da finden sie eine ganze liste an geräten die man benutzen kann um beweismaterial zu sammeln aber hier unter measurement das heißt messung finden sie auch eine uv lampe das ist hier das dritte von unten und mit einer ganz super billigen sieben euro uv lampe kann man diese augenimplantate bereits sichtbar machen und das ganze das sieht dann so aus wenn man das auge anleuchtet mit einer uv lampe so sieht das auge unter normalem sichtbarem licht aus das heißt hier sieht man ein opfer mit braunen augen das hier ist einfach eine licht reflektion aber wenn ich das jetzt mal diese zwei bilder groß mache das ist das normale auge aber das hier ist das auge unter uv licht und was sie da sehen können ich mache das jetzt mal groß das ist dass das auge selbst also das licht hat selber eine bestimmte farbe aber das wirklich wichtige ist das auge die iris reflektiert lila und die hier das das also pupil wie nennt sich das auf deutsch wie auch immer das hier in der mitte die pupille genau das ist das wort reflektiert türkis oder grün das ist ein zeichen darauf dass hier auf die iris eine sogenannte dieses augen implantat aufgesetzt wurde wie ein wie eine kontaktlinse und das uv licht reflektiert deshalb lila und grün weil diese technologie dieser dünne film eine andere reflektionseigenschaft hat als das normale menschliche auge das heißt was somit kann man dieses augen implantat sichtbar machen und das ist eigentlich das typische also lila unnatürliche farben wie lila grün auch türkis und solche sachen sind ein anzeichen auf diese diese implantate das heißt wenn sie irgendwelche halluzinationen hatten mal in der vergangenheit sprich sie haben ich weiß nicht entweder also opfer berichten mir alles man kann mit diesen augen implantaten zum beispiel was der geheimdienst ganz oft macht sie warten bis die opfer schlafen man kann wenn man auch solche kleinen kopf also chips unter der kopfhaut implantiert kann man den wach und den schlafzustand messen und so wie die opfer eigentlich in den schlafzustand übergehen fängt dann der geheimdienst an zum beispiel filme zu senden auf diese augen augenimplantate und die opfer berichten dann so etwas wie sie senden schwarz weiß filme zum beispiel marschierende nazis oder die die opfer sehen dann mordszenen oder szenen von gewalt und dergleichen aber mit diesen augenimplantaten kann man dann auch folgendes machen wenn das auf diesem normalen auge drauf ist sieht man das nicht bei normalem tageslicht man kann das nur mit uv-licht oder schwarzem nicht wie es auch genannt wird sichtbar machen aber wenn man erst mal diese augenimplantate hat dann gibt es auch eine neue technologie ich sehe gerade edmund ist wieder da ich erzähle das ganz kurz noch zu ende weil das eigentlich direkt mit dieser falschen psychiatrisierung zusammenhängt ich habe den zuschauern gerade erzählt dass gerade gestern mir ein opfer beweise geschickt hat für diese augenimplantate das sind halt diese kleinen kontaktlinsen die sind aber also moderne militärtechnologie so dünn dass man sie auch gar nicht sieht man kann noch eine kontaktlinse draufsetzen das bleibt auf dem auge aber diese kleine dünnfilm technologie ist wie ein bildschirm da kann man ganze bilder senden und es gibt jetzt mittlerweile wissen wir es gibt eine bestimmte software die wird mittlerweile kommerziell vertrieben da kann man wenn man zum beispiel irgendeinen raum filmt kann die software ein bestimmtes objekt in den raum hineinspielen das heißt selbst wenn die kamera schwenkt kann es dann so erscheinen als ob ein objekt immer am gleichen ort ist und was mir zum beispiel opfer gesagt haben die dann höchstwahrscheinlich diese augenimplantate auch hatten also ein standard ding ist dass sie sagen ich sitze an meinem schreibtisch und ich schaue nach rechts und plötzlich ist da eine ein meter große spinne oder da auf dem fußboden sitzt ein alien oder was auch immer und wenn sie so etwas in der psychiatrie sagen würden dann würde man sie sofort natürlich als ja mit wahren vorstellungen dort einbuchten aber als allererstes müssten eigentlich die Ärzte sehen okay Moment mal vielleicht handelt es sich hierbei um noch ein Opfer der Geheimdienste von denen gibt es Millionen weltweit und als allererstes müsste man mit einer so einer sieben Euro UV-Lampe in das Auge leuchten und nachschauen ob diese Dünnfilm-Technologie dann sichtbar wird denn so wie das Auge auf einmal dann lila und grün zurückleuchtet bedeutet das okay diese Dünnfilm-Technologie sitzt auf dem Auge drauf und alles erübrigt sich also sprich es ist komplett egal was die Menschen gesehen haben es hängt halt damit zusammen was der Geheimdienst sich gerade an dem Mittwochnachmittag ausgedacht hat und was wirklich dort Tatsache ist ist dass ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind weil das Auge eigentlich mit also einer aggressiven Absicht mit der Absicht zu täuschen implantiert worden ist das heißt das sind so diese ganzen Hintergründe aber die kannte man in den 70er Jahren natürlich nicht aber die Technologie von der ich spreche die war also Anfang der 80er Jahre bestimmt schon bereit zu haben sozusagen zu haben in dem Militärbereich die Leute entwickeln Sachen und die werden erst 30 Jahre später publiziert also mit diesem Hintergrund ich weiß nicht Edmund müsste man nicht die gesamten psychiatrischen Fälle wieder aufräumen und wegen Staatsbetrug die ganzen Opfer entschädigen natürlich also ja es ist ja so was war jetzt gut um deine Frage es ist dann ja so gewesen dass in der Schweiz diese Menschen eben ohne diese Gerichtsurteile das war also alles illegal gegen die Menschenrechte und dann ist eine Frau die ist als Mädchen wurde sie schwanger und sie wurde in ein Gefängnis gesteckt hat dort ihr Kind gebären müssen alles völlig falsche Anschuldigung und die ist jetzt vor fünf sechs Jahren hat die ihren Fall aufgegriffen und hat denunziert was die Schweizer gemacht hat und die hat es geschafft dass der Bundesrat sich vor drei vier oder fünf Jahren entschuldigen musste für diese ganze Phase von damals weil das alles illegal war nicht das war genau so illegal wie die Menschen zu und recht vom falschen richten von der falschen Person in Haft gesetzt worden sind aber da läuft jetzt dann haben sie jetzt einen Fonds gemacht aber ich habe noch von keinem einzelnen Klienten gehört dass der irgendwie erfolgreich irgendeine Entschädigung bekommen hat und man kann das eigentlich gar nicht mehr kompensieren das ist vergangen nicht man kann es einfach man kann im nachhinein sagen ich war ja in dieser Zeit wo sich in dieser Periode wo sich der Bundesrat entschuldigen müssen war ich bereits Anwalt nicht von 75 bis 81 gab es diesen Richter nicht und ich habe das immer gesagt Unrecht ich habe das immer denunziert was ihr da macht das ist alles Unrecht die haben mir immer gesagt nein ist alles recht es stimmt alles heute bekomme ich recht was ja noch selten ist normalerweise bekommt man erst im Urteil der Geschichte recht aber in dieser Beziehung habe ich jetzt schon im Urteil der Zeit recht bekommen und ich kenne ja jetzt die Phase wo sich der Bundesrat entschuldigt hat die Methoden die damals herrschten in der Psychiatrie und die Phasen seit 81 als Zeit Zeuge und ich kann sagen es ist nur schlimmer geworden nur schlimmer geworden und das heißt die 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 Verhältnisse sind genau gleich die Menschen wurden vor 81 wurde sie ihre Freiheit beraubt als Unzulett da komme ich dann später noch darauf zu sprechen wenn es möglich ist zu Unrecht keine Gründe die dafür triftige Gründe die dafür sprachen die das Verhältnismäßigkeits Prinzip gebrochen haben nicht das muss das gilt in all diesen Menschenrechts bereichen der die Massnahme muss in einem Verhältnis zum Anlass stehen wenn der Anlass ist dass ich einen Teller zerschlage und ich deswegen in einer psychiatrischen Anstalt lande ist das unverhältnismäßig und so weiter also das und natürlich heute es sträuben sich alle gegen diese meine Bewertung also jetzt bin ich dort stecken geblieben bei diesem Klienten der hatte dann diesen das war der Prozess sich Taxichauffeur und dann habe ich mir gesagt jetzt steige ich wieder in den Beruf ein aber wie will ich einsteigen ich muss irgendetwas originelles machen sonst bin ich sofort wieder in der gleichen Soße wie vorher dann habe ich mich eine Woche lang auf die auf eine Alp zurückgezogen jetzt muss ich jetzt fange ich an jetzt fange ich bei meiner Homepage an teilen gehe ich da auf nieder mit der Demokratie sieht man das siehst du das sehe ich ganz gut ok jetzt du das genau also jetzt nehme ich mal drücke ich drauf dann sieht man wie sie flur 19 6 das ist diese Alp da nieder mit der Demokratie eine Verteidigungsrede für alle Fälle Vorwort täglich habe ich mit dem Gericht zu tun wo der Winter Freiheit der Demokratie und des Rechts weht ich aber sehe die Demokratie nicht höre die Freiheit nicht bin Rechtsanwalt und glaube nicht ans Recht wie hält man das aus mit einer Verteidigungsrede für alle Fälle sie erspart mir mich lange mit den Richtern darüber walten zu müssen ob nun die Kritik die ich meinem Plädoyer zu üben pflege zur Sache gehöre oder nicht so reiche ich einfach diese Rede ein und löse im Schatten ihrer niederschmetternden Wirkung meine Klienten sanft aus der obrigheitlichen Verstrickung und will die Justiz mir selber an den Kragen Wahl meine Verteidigungsrede für alle Fälle nicht mir ist dann in diesen Jahren ab 75 einfach immer ich habe gesagt ja ich bin doch in dieser Demokratie das mir doch beigebracht das Volk hat die Regie es hat einfach irgendwie nicht gestummen auf der einen Seite meine mir eingetrichtete Überzeugung der Demokratie und auf der anderen Seite was ich feststellte und ich war immer dann so in den 70er Anfangs 80er Jahren so im Konflikt bis ich dann eben den Clou entdeckt habe was an dieser Demokratie wie diese Demokratie wie eine Seifenblase oh jetzt habe ich dich abgestellt dort wie eine Seifenblase platzt nicht dann komme ich in diesem siehst du jetzt den ja ich sehe das richtig gut und man kann es auch gut lesen also zum wohl gelungensten Betrug der Menschheit gesichert zählt die Vermarktung der westlichen Länder als Volksherrschaft im Stil der Coca-Cola werben Gackerts Tag durch alle Medien Freiheit Demokratie und der Rechtsstaat es ist höchste Zeit dem Umfug ein Ende zu setzen und dann nicht dann habe ich das analysiert was eigentlich in der Schweiz herrscht jetzt muss ich aber jetzt sehe ich dich nicht wo drücke ich jetzt damit ich dich sehe du kannst auf Freigabe beenden nein nein jetzt habe ich ich habe auf auf Chrome gedrückt jetzt habe ich dich wieder genau wenn du selber scheinen möchtest dann musst du auf Freigabe beenden drücken okay gut jetzt bin ich wieder da ja also jetzt kann ich ja hin und her da rollen und wieder zurück okay also nicht der Trick der ganzen Sache ist wenn du und das kann und dazu musst du natürlich Anwalt sein und das kannst du als Laie diesen Nebel nicht durchdringen dann habe ich einfach mir die Kompetenzen des Volkes wie sie tatsächlich täglich vom Volk wahrgenommen werden können vor Augen geführt und siehe da das das muss ich jetzt das ist dann in diesem meinem Ding habe ich zuerst herrscht das Volk über die herrscht das über seinen Alltag nein nein und so weiter die Herrschaft also dann habe ich gesehen nicht am Anfang steht ja wie entsteht eine Stadt nicht wie entsteht eine Stadt wie entsteht Zürich Zürich war also Tourikum eine Römer Siedlung und dann im Mittelalter eine Stadt mit einem engeren Kern wo die Bürger waren und alles andere war Land und die mussten den Zehnten diesen Bürgern abliefern und wie entsteht eine Stadt und es ist so zufälligerweise ich bin immer dann war ich in einem Dorf vor der Stadt und ich zehn Kilometer bis zum Büro ich Sommer Winter mit meinem Velo vor meinem Schlafplatz zum Büro dieser ging an der Maschinenfabrik Örlikon vorbei jetzt wenn ich den Namen Örlikon sage was sagt dir das das für mich sagt das ist ein Stadtteil aber der Begriff Örlikon der sagt mir sonst nichts eben im zweiten Weltkrieg gab es diese Flapkanonen Ah aha Örlikon ein Bürle war der Fabrikant und der hat Flapkanonen den Deutschen den Engländern an Parteien verkauft das war und eben und aber da war die Stadt und da war ein Weiler fünf Kilometer entfernt vom Stadtkern Seebach und dazwischen war Örlikon und ich bin von meinem Dorf nach Seebach Örlikon in die Stadt hinein und irgendwann war aber Örlikon ein Bauernkopf ein ganz gewöhnliches Bauernkopf und Seebach und da sage ich eines Tages stellst ein Herr über Örlikon wie es in seinem Plan steckt ein Kopf in seinem Kopf steckt ein Plan er will eine Fabrik bauen nicht und dann baut er diese Fabrik und das bedingt nachher die gesamte Infrastruktur dann hast du die Fabrik dann müssen die Wasseranschlüsse Stromanschlüsse Wege die Verkehrswege die Produkte all diese da muss ein das Rohmaterial aus der Erde gebuddelt werden dann kommt der ganze Apparat und am Schluss braucht es für die Arbeiter die er hat braucht es Schlafplätze und so gibt es dann Schwammendingen das sind also die anderen Vororte von Zürich jetzt die dann so entstanden sind und so ist die Stadt Zürich entstanden und so ist die ganze Schweiz entstanden so sind alle diese Metropolen auf der ganzen Welt entstanden durch dieses durch diese Tätigkeit dieser Herren die das Geld hatten um ihre Unternehmen auf die Beine zu stellen und da und 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 so ist das vorangegangen und 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 die Kompetenzen des Volkes die sind mit anderen Worten das Ganze dreht sich eigentlich die gesamte Stadt dreht sich um die die ganzen Leistungen dieser Fabrik das heißt die Leute irgendwann leben sie für die Fabrik sie arbeiten dort und das ganze Geld wird dort zusammen geordert und das treibt die gesamte lokale Wirtschaft genau der Herr und einige sind die lassen nicht locker ohne Bevölkerungsbefragung wird die ganze Schweiz in Öhrlikons und Schwamendingens verwandelt die Abwässer der Fabriken vergiften die Flüsse die Kanalisation der Arbeiter Quartiere gilt über die von den Fabrikanten produzierten Vehikel verstopfen die Strasse Gestank und Lärm verpesten die Umwelt jetzt hagelt plötzlich Volksabstimmung Wollt ihr einen Kredit für den Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Scham und Öhrlikon Guthaisen und so weiter und so weiter seid ihr mit dem Bau einer Atomkraft einverstanden stimmt die Massnahmen zur Eindämmung der Umweltschäden zu die Herrschaft des Volkes beginnt es herrscht über die Scheisse ich tatsächlich und jetzt wenn du alle diese Kompetenzen des Volkes aufzählst in den Aufgabenbereichen des Volkes fährt das Schulwesen er bewacht das Eigentum der Herren er stellt den Steuervolk der bei den hiesigen die Zinsen und Sehnten für den Bau und Unterhalt der Infrastruktur eintreibt der Herr hat sich steuermäßig längst in die ausländischen Oasen abgesetzt er zahlt die Renten für die Hinterbliebenen auf der Strasse umgekommen und so weiter die Unternehmen haben die Fabrieren ausgerissen die Alten werden verstoßen es hat auch deren Unterhalt zu berappen und wer trägt die Lasten des Gesundheitswesens das Volk da sieht man das ist die Herrschaft das ist Demokratie das Volk herrscht über alle diese Hilfsdienste Absolut und vor allem es ist also ich meine was du meinst ist da also was ich in dem Ganzen sehe ist dass ein Parallelsystem aufgebaut wird dass der der Administration die ganzen Gerichte die Polizei und dieser ganze Betrieb und der ist eigentlich dazu da um das ganze Volk eigentlich fast wie Kühe einzupferchen und sie dann wirklich auszunutzen und dann hat man die ganzen Kompetenzen und Interessen des Volkes und die sind diametral dem Ganzen gegenübergestellt also was da wirklich auf der einen Seite dieser ganzen Geschichte läuft hat nichts mit dem zu tun was auf der anderen Seite läuft genauso wenig wie die Kühe im Stall nichts mit den Bauern und dessen Bedenken eigentlich zu tun haben und wenn dann wenn man wirklich versucht den Leuten zu erklären wie das ganze Schlachthof wirklich funktioniert aus der Sicht des Bauern dann verstehen die Kühe das nicht also das ist was ich von dem Ganzen irgendwie so mitbekomme genau Aber sag mal Edmund was ist eigentlich dein Eindruck bezüglich dieser ganzen falschen Psychiatrisierung du hast ja gesagt das ganze ist jetzt noch viel viel schlimmer gibt es da bestimmte Regeln und Gesetze die in Kraft traten die das Ganze noch schlimmer machten oder womit hängt das zusammen Nein das hängt damit also da muss ich jetzt vielleicht die Geschichte noch weiter erklären also nachdem ich das alles nicht das Spezielle an meiner Sache ist dass ich die einerseits eben diese Zwangspsychiatrie Fälle hatte und dort gesehen habe wie das was denen wieder erfährt aber dass ich parallel dazu gleichzeitig dieses Betrugssystem der Demokratie und des Staates entdeckt habe und das kulminiert am Schluss dann in meiner Homepage jetzt gehe ich rasch zurück und gehe auf Fortsetzung folgt und komme hier auf Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie dann habe ich das Werk habe ich 2012 verfasst wo ich dann sozusagen meine Erfahrungen mit der Zwangspsychiatrie zusammengefasst habe Hättest du das teilen das wäre wirklich unglaublich wichtig dass die Leute das lesen also das ist da eigentlich sollte man das herunterladen da sage ich was du vorhin gesagt haben die Verbrechen gegen Menschlichkeit das ist so aufgebaut dass ich zuerst erkläre wie der Verein also ich habe dann den Verein Psychex gegründet ja gut das muss ich jetzt eben sagen ich habe ich eben gesagt das Thema will ich anpacken und dann habe ich nachdem ich mein Pamphlet Nieder-Mitter-Demokratie verfasst hatte das habe ich allen etwa 50 den bedeutendsten in Anführungszeichen Schweizer geschickt also Bundesräten Bundesrichter und 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 habe gesagt ich steige wieder in den Beruf ein und werde diese allgemeine Verteidigungsrede benutzen und die stelle ich dich ab und die ich muss ja wieder damit rechnen weil ich behaupte die Schweiz das ist keine Demokratie sondern das ist Betrug dass wieder dann Verfahren gegen mich eröffnet werden und darum habe ich das formuliert habe ich das auch der Behörde geschickt die diese Berufsverbotsverfahren führt und diese anderen Verfahren wo es Bussen absetzt habe ich denen ein Exemplar geschickt und gesagt so das werde ich jetzt dann benutzen damit sie wissen sagen sie mir kann ich das oder nicht und die haben sich natürlich aus der Affäre gezogen haben gesagt nein das können wir jetzt nicht das werden wir nur im Anwendungsfall wenn sie diese Verteidigung benutzen dann möglicherweise kann es einfach absetzen aber mit diesem Trick mit diesem Pamphlet habe ich mich sozusagen zurück etabliert und habe so eigentlich diesem Betrugssystem meine Kritik und auch gleichzeitig meine Staatsverfassung entgegengesetzt das ist dann das sieht man am Schluss wo ich sage was soll ich jetzt machen in all diesem soll ich abhauen auf die Barrikaden steigen auf die Kugel auf die Bombe warten mein eigener Herr bleiben ich bin weder Knecht noch Herr über niemanden sondern mein eigener Herr und dort habe ich auch meine Philosophie persönlich entwickelt ich bin kein Schweizer mehr ich bin kein Amerikaner ich habe keine Staatsbürgerschaft ich bin mein eigener Staat bestehend aus einer Person ich bin der Präsident meines Staates ich habe alle Ministerien meines Staates ich bin Putzfrau ich habe alles und mit dieser mit These oder mit dieser Welt Anschauung da habe ich mich einfach befreien können von allem sodass ich jetzt wenn ich mal sterbe es soll auf meinem Krabbstein stehen freidenken freireden und freihandeln diese drei Elemente die normalerweise ein Anwalt gar nicht über die darf er gar nicht verfügen wenn du frei redest bekommst du eine Busse weil du dich ungebührlich geäussert hast wenn du nicht frei reden kannst kannst du auch nicht frei denken und kannst natürlich auch nicht frei handeln diese wenn eine dieser Freiheiten tangiert ist dann fallen die beiden anderen Freiheiten zusammen aber wenn du alle drei beherrschst dann kann ich dir sagen hast die Kulminations Möglichkeiten eines menschlichen Lebens erreicht und mit dieser Figur mache ich natürlich oder also dann sage ich noch ganz mal mein also Territorium ist von der grösse einer Fusssohle ständig wandeln sich die Grenzen meines Reiches oder ich besitze keinen Quadratmeter auf dieser Welt aber ich bewege mich auf dieser Welt da war ich mal an einer da gibt es in Serbien lebe ich nicht und da wird jedes Jahr von der Botschaft der 1. August als Gründungstag der Schweiz gefeiert und da war ein Botschafter also ich habe jetzt die werden ja alle vier Jahre ausgewechselt die sind also ungenießbar aber da war eine Perle darunter und wenn ich mal der hat mich auch verstanden mit dem hatte ich einen sehr guten Kontakt und hat mich auch besucht und dann hat er war dieses Fest und ich bin zufälligerweise in seine Richtung gelaufen da war mit einer Gruppe Leute hat denen irgendetwas erklärt hat er mich gesehen oh da kommt ein König und dann bin ich in die Nähe gekommen ja ein König ohne Volk das ist es nicht und so kann man sich so habe kann ich mich lustig machen warte ich muss aus die Türe eigentlich sollten wir alle die gleiche Philosophie adoptieren unter uns als einer ja als ein Freistaat oder absoluten souveränen Staat ja definiert meine Rechtschriften die unterzeichne ich sein eigener souverän mit meinem Namen und so also gut jetzt er hat sich das verschlechtert hast du gefragt absolut also die schon zahlenmässig nicht in der Schweiz da hat die Statistiken ich habe immer recherchiert übrigens wort gehe ich damit dass du bekommst auch was noch wirklich interessant wäre und zwar auf deiner Webseite wenn du den Leuten zeigen könntest wo sie diesen Artikel über die Zwangspsychiatrie finden können weil es also auf der Webseite von Edmund gibt es unglaublich viele Informationen die alle höchst wichtig sind er hat ganze Präzedenzfälle aufgelistet auf der Seite der PsychEx wenn du da uns zeigen könntest wie wir da hinkommen wie wir das finden können weil sehr viele der Zuschauer auch gerne das herunterladen möchten also es gibt zwei Seiten einmal Edmund .ch das ist eine Webseite und dann gibt es noch die andere Webseite die bringe ich mal hier kurz psychex.org oder psychex.org oder ch genau also hier wenn ich jetzt mal ganz kurz das zeige also die eine Seite ist Edmund .ch das ist die Seite von Edmund Schönberger und hier ist Inquisition und Zwangs Psychiatrie auch und hier sieht die eigentlich den gesamten Ablauf aber dann was du mir eben vor der Show gezeigt hast auf der Webseite psychex.org oder psychex.ch geht glaube ich auch da finden sie auch ganz ganz also viel die ganzen Skandalfälle sind hier gelistet und hier sind die Judizien und ich glaube in Deutschland nennt man das glaube ich Präzedenzfälle aber hier sehen sie zum Beispiel die Berner Justiz Luzerner Zürcher Justiz und 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 hier sind wirklich so viele Fälle die man auf die man sich beziehen kann und die man analysieren könnte es ist wirklich goldwert als eine Ressource eben aus und dann habe ich natürlich die Statistiken ausgewertet zum Beispiel 1988 waren rund 27.000 Eintritte in die 53 psychiatrische Anstalten in der Schweiz und 2006 bereits 50.000 2009 bereits 60.000 jetzt 2016 70.000 obwohl die Bevölkerung nicht jetzt sich verdoppelt oder zweieinhalbfach vergrössert hat das ist das eine und dann haben sie 2013 eine Revision des Gesetzes gemacht das als unbenannt früher ist das fürsorgerische Freiheitsentzug nicht und dann haben sie das umgetauft damit Freiheitsentzug das klingt nach Freiheitsberaubung aus dem Vokabular gestrichen heißt es jetzt fürsorgerische Unterbringung und das was ich als Folter bezeichne das ist medizinische Massnahme und 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 die Behörde heißt Kinder und Erwachsenen Schutzbehörde Schutzbehörde nicht die Vormundschaftsbehörde einfach mit diesen Worten und mit diesen Schlagwörtern wird der Mainstream natürlich verbreitet dann diese Bilder nicht niemand weiss was wirklich passiert weil das ist es ja es kann niemand das Volk das ja eigentlich souverän wäre der souverän hat doch Zutritt zu allen möglichen Orten in seinem Reich aber das Volk ist ausgeschlossen kommt nicht in die Anstalt die Gerichtsverhandlungen in diesen psychiatrischen Verfahren sind alle hochgeheim da dringt nichts nach außen da habe ich versucht es gibt den Artikel 6 Ziffer 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention welcher die Öffentlichkeit der Gerichtsverfahren vorschreibt das Bundesgericht hat ich habe das bisher an das Bundesgericht gezogen hat gesagt nein diese Verfahren müssen ohne Öffentlichkeit stattfinden denn man muss ja die Privatsphäre der Betroffenen schützen mich ist klar man muss die Schandtaten dieses Staates verstecken und eben in dieser meiner Analyse die ich vorher kurz geöffnet habe Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie dort kann man nachlesen was du gesagt hast eben diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit es gibt jetzt unterdessen Studien die belegen wenn man durch dieses System geschleust wird das psychiatrische öffentliche System verliert man im Schnitt einen Drittel seines Lebens also statt dass man 75 Jahre alt wird wird man im Schnitt also wenn man sich das vorstellt was und das sind amerikanische Studien in der Schweiz machen sie solche Studien natürlich nicht aber die ist verifiziert worden von einem deutschen Wissenschaftler und das kann man auf ganz auf den ganzen Westen übertragen also das ist also jeden Genozid übersteigende in den Schatten stellen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und und dann aber eben wenn in dieser Analyse nachdem ich die Geschichte des Vereins erkläre wickle ich messe ich dass diese Massnahmen an den Menschenrechten jedes Menschenrecht zähle ich auf und stelle die Frage ob es gebrochen worden ist jedes wenn einer eingewiesen wird werden seine sämtlichen Menschenrechte gebrochen können könntest du uns zeigen wo man das auf deiner Webseite findet weil diese Ressource eigentlich Gold wert ist also auf diesem auf diesem während du das findest möchte ich nur noch mal du hast das bereits schon perfekt erklärt ich möchte das nur noch mal betonen für die Leute die das nicht vielleicht mitbekommen haben was für eine absolute ja Bomben Einsicht das hier ist das heißt Punkt Nummer eins was sich jetzt herausgestellt hat nach zig Jahrzehnten ist dass all die Menschen die durch dieses psychiatrische Gesundheitssystem ja was eigentlich in der Maske auftritt als ob es ein Gesundheitssystem wäre das den Menschen heilt dass im Durchschnitt die Menschen die durch diesen Reißwolf gezwungen werden ein Drittel ihres Lebens verlieren das heißt sie sterben ein Drittel ihres Lebens früher für mich sind das keine ärztlichen Einheiten mehr das sind Konzentrationslager das sind Internierungslager und Exterminierungslager im Effekt also siehst du jetzt bereits dieses Dokument was du uns zeigen wolltest im Moment sehe ich auf deinem Bildschirm mein Bild wenn du uns zeigen könntest wo man das finden kann genau öffne mal auf deiner Web du weißt wie man am schnellsten dieses Dokument findet auf der Webseite aber sehr sehr viele Leute die von der Geheimdienst Kriminalität betroffen sind würden gerne diese Ressource auch zitieren und vor allem diese Auflistung von einem Rechtsanwalt dass sämtliche Menschenrechte gebrochen werden das zeigt eigentlich das Ausmaß dieser Kriminalität im Moment sehe ich dich du musst erst mal deinen Bildschirm teilen oben links auf dieses grüne Feld und dann auf Firefox wechseln wo man jetzt auf Firefox wechseln und dann sieht man dein Bildschirm genau jetzt sehen wir das eben also und das hieß sozusagen Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie und das ist ein PDF-Dokument das kann man sofort runterladen oder siehst du und da hast du jetzt zum Beispiel der Artikel 13 EMR räumt dem von einem Rechen gegen seine Menschenrechte betroffen das Recht ein sich bei einer nationalen Instanz wirksam zu beschwerden in der Schweiz keine einzige solche Beschwerde gut geheißen worden die es wird alles ab dann gehen die Menschen hoffnungsfroh an den europäischen Gerichtshof und dann bekommen sie diesen Formularbrief sie werden in dieser Beschwerdesache keine weiteren Zuschriften erhalten und ihre Beschwerdeakte wird ein Jahr nach Daten dieser Entscheidung vernichtet die Inquisition da hat man noch die Archive aber jetzt am Bundesgericht werden die Akten den Menschen zurück geschickt sodass wenn mal die Geschichtsforschung das untersuchen müsste finden sie nur leere Dossiers und beim Gerichtshof finden sie Schnipsel vom Schreber und jetzt komme ich zu den ganz dicken Hunden Artikel 2 schützt das Leben und da steht nun eine aktuelle Studie ermittelt diese Neuroleptik Mortalität durch Neuroleptika ist also das ist bereits jetzt dann sage ich werde also mit einer unfassbaren Grössenkanzahl kann man sich gar nicht vorstellen und so weiter die Nazis haben den Begriff Betreuung erfunden sie haben sich anheißig gemacht die Menschen in den Konzentrationslagen betreut zu haben das findet man dort in diesem Wörterbuch des Unmenschen die Schweizer haben den Begriff Fürsorge gefunden sie machen sich anheißig für die Menschen in den Hochsicherheits mit Hochsicherheitsscheusen ausgerüsteten psychiatrischen Wohlwerken zu sorgen was ist strimmer einem Menschen in eine aus Duschraum getarnte Gaskammer zu treiben und sofort zu töten oder ihn täglich unterheimtückische Nervengifte mit schrecklichen krankmachenden Wirkungen und Nebenwirkungen zu setzen und in einem rund 30 Jahre dauernden Prozess hinzurichten und da sieht man was in der da habe ich nachher zitiere ich aus diesem aus dem Werk von Mark Ruffer den habe ich schon erwähnt das war die berühmtesten Schweizer Psychiater und da ist der Eugen Bleuler der war Direktor an Burgölz das ist einer der berühmtesten psychiatrischen Anstalten der Welt überhaupt und der hat das erste Lehrbuch für angehende Psychiater verfasst jetzt wenn man dem das hat der Ruffer herausgefunden der hat in Deutschland das unter anderem publiziert wir müssen die Menschheit in ungefähr zwei das war der Vorrell der Eugen hat gesagt je mehr die Medizin vorschreitet und so weiter eine wie man der Degeneration Begegen sollte bleibt noch zu studieren etwas anders als der Ausschluss der Schwachen von der Zeugung ist aber wohl nicht denkbar und dann kommt er noch eine nicht einfach zu beantworten die Frage ist die ob es erlaubt sein sollte objektiv lebensumwertes Leben anderer zu vernichten ohne den ausdrücklichen Wunsch des Trägers auch bei unheilbaren Geistes kann man die unter Halluzination und so weiter schwer leiden und nicht handlungsfähig sind würde ich einem ärztlichen Kollegen das Recht und in schweren Fällen die Pflicht zuschreiben die Leiden abzukürzen genau die Grundlagen dafür geliefert was nachher in Deutschland umgesetzt worden ist und das ist die Schweiz und die hat sich nie von diesen Monstern distanziert und der andere noch der Vorrell der auch so betrübliche Rolle gespielt hat der ist auf den 1000 Franken in der Schweiz mal abgebildet gewesen Wahnsinn also mit anderen Worten die Leute die die gesamte Psychiatrie aufgebaut haben in der Schweiz und intellektuell als die leitenden Ärzte eigentlich aufgebaut haben waren Eugeniker und Nazis also ich möchte mal ganz kurz jetzt kommt der Clou siehst jetzt meine wieder meine ja ich sehe das siehst du und jetzt also jetzt nachdem ich das alles aufzähle einerseits die die Menschenrechte also die Anlässe und die Massnahmen die in keinem Verhältnis stehen also dass alles im Prinzip illegal ist komme ich auf die Frage dann nehme ich ein Beispiel ein Alltags Beispiel eines Menschen eines Jünglings der da mit der Zeit der sollte so ein was wird heute gemacht auf Teufel kommen raus produzieren zum Konsum verführen und Abfall beseitigen das ist das was heute die ganze den ganzen Westen oder die zivilisierte Menschheit herumtreibt wer will sich als Tölpel Arbeiter als Fließband Arbeiter und so weiter wer will sich degradieren lassen niemand also wenn jetzt irgendso ein Kind vor die Frage gestellt wird was soll ich werden auf dieser Welt und es wird ihm angeboten ein Leben lang an einer Kaufhaus zu sitzen und einfach früher noch das Geld zu zählen heute einfach über diese Dings zu schleifen ist das das ist wer würde das sein ein Bundesrat oder wollte der das ganze Leben so machen also warum ganz kurz im Moment sehe ich nur dein Bildschirm ich sehe nur mich selber und bevor wir ich möchte mal ganz kurz den ist was du da eben gezeigt hattest ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm und ich gehe jetzt mal auf deine Webseite und zwar edmund.ch nieder mit der Demokratie und hier unten unter fortsetzungsfolgt da finden sie die gesamte Liste dieser wichtigen Dokumente hier und das Dokument was eben gezeigt wurde das ist hier die Fundamentalkritik der Zwangspsychiatrie von Edmund Schönberger dem Rechtsanwalt das ist was Edmund eben hier gezeigt hat also hier in diesem Dokument wir waren eben auf der Seite 10 finden sie geh noch einmal zurück geh noch einmal eine Stufe zurück ja kann ich auch warte jetzt wenn wir gerade hier sind dann ist Nummer 32 der plutokratische Schurkenstaat kannst du das sagen ja der plutokratische Schurkenstaat ja sehr gerne da habe ich so auf einer Seite zusammengefasst was Sache ist heutzutage wie die Welt regiert wird auf einer Seite das findest du genau was läuft nicht nämlich das sämtliches Hartgeld auf die Tresoren der Banken fliesst das Buchgeld das die Banken selber schaffen damit werden die Banken zu 100% Besitzer sämtlichen Geldes wenn du einen Geldschein im Sack hast noch einmal noch etwas noch einmal hinauf hier diese Gelder werden ja dann als Kredite über den Tresen geschoben und damit bleiben die Banken zu 100% Gläubiger der gesamten umlaufenden Gelder und jetzt kommt definitionsgemäß kann nur derjenige als der Souverän gelten welcher über sämtliche Machtmittel verfügt das Medium welches die Welt regiert und alle antreibt heisst Geld wie dargestellt verfügen immer gerade nicht die das als souverän vermarkt der Volk sondern die Banken Herren über die via Zins und Zinseszins auf astronomische Summen explodierten Vermögen von einer Demokratie oder Volksherrschaft zu sprechen die aus Demokratie vermarkteten Systeme sind reine Diktaturen der Reichen Muster Plutokratien oder pointierte Plutokratische Schurkenstaaten dieser Begriff Plutokratische Schurkenstaat wenn du den im Internet recherchierst den habe ich geprägt und jetzt mit ihren jetzt kannst du ein bisschen weit scrollen mit ihren unermesslichen jetzt kannst du halten mit ihren unermesslichen Mitteln können die Geldherren spielend ihre Gefolgsleute und ideologisch Gleichgesinnten aus Mehrheit in die Parlaments Regierungs und Richterstühle hieven und die ihnen Gesetze schmiegen die Minderheiten können ihr nur Recht sein denn sie erwecken den Anschein von Demokratie und tragen zur ewigen Verwirrung und Täuschung der Untertanen bei und stabilisieren so das ganze Betrugsystem das Volk herrscht ledig über die Nebensachen beispielsweise das Kanalisationssystem und damit buchstäblich über die Scheisse es wird von diesem Staatsapparat in die Zange genommen wie schon die Monarchen Diktatoren und Tyrannen der Vergangenheit mit ihren Apparaten die Untertanen geknechtet haben und dass der Staat überhaupt nicht die Interessen des Volkes vertritt lässt sich an einem Detail exemplifizieren wie gesagt fliesst das Hartgeld direkt in die Person der Banken und was machen die die zeichnen die vom Staat fett zu verzinten Staatsanleihen also die Banken kaufen Staatsanleihen auf die der Staat den Banken noch verzinsen muss also und woher nimmt der Staat diese Zinsen um diese um die Zinsen der Banken zu zahlen dieser knöpft dem Volk auch noch diese Zinsen ab perverser geht es gar nicht das ist doch klar dass die Nationalbank dem Staat wenn schon direkt dem Volk zugutbekommene zinslose Kredite gewähren müsste das willfährige Parlament hat jedoch die folgende Bestimmung ins Nationalbankengesetz geschmuggelt Artikel 11 Absatz 2 des Nationalbankengesetzes die Nationalbank darf dem Bund weder Kredite noch Überziehungsfazilitäten gewähren der Staat gibt den Banken sämtliches Geld in die Hände und muss nachher diesen Banken noch die Staatsanleihen verzinsen und darf nicht einmal von seiner eigenen Bank zinslose Kredite bekommen Cyber verdammt sich mit Zinsen ausgeliehen dann hat man dieses Schuldgeld aber es muss eigentlich zusammen mit den Zinsen zurückgezahlt werden und wenn ein ganzes System so darauf aufbaut dann hat das System nicht mehr die Geldmenge die nominalen Zinsen überhaupt jemals zurückzuzahlen das heißt die Zinsen steigern sich und so sind eigentlich alle Staaten der Welt mathematisch verschuldet aber de facto hat die Bank niemals irgendetwas kreiert außer ein paar digitalen Zahlen in einem Computer das heißt wir sind eigentlich einem Computer verschuldet der das Geld aus dem nichts kreiert hat das Ganze ist eigentlich mathematischer kompletter Unfug ich sehe gerade bei dir du musst mal auf beenden gehen ich sehe dich im Moment nicht ich sehe dann nur eine zweite Kopie von mir selber genau also ich muss sagen jetzt gehe ich noch einmal rasch auf die Fundamentalk richtig weil ich jetzt dort auf den Clou komme eigentlich die wesentlichste Aussage dessen was die Zwangspsychiatrie überhaupt für eine Funktion hat nicht gehe ich auf teilen nicht dann gebe ich auf Freigabe beenden oder nein nein sondern jetzt gehst du auf Firefox auf Firefox mach das Bild mal groß kannst du das vergrößern da genau also jetzt jetzt passiert ja folgendes also mal die Justiz also diese all diese verbrechen die werden die Zwangspsychiatrie hat mit Fürsorge nichts zu tun es ist ein warte da muss ich jetzt also jetzt kommen wir warum es darf als Erfahrungstatsache gelten dass es für eine Einweisung immer zwei Idioten braucht ja es ist ja immer ein Konflikt eine psychiatrische Versenkung der geht ein Konflikt zwischen zwei Parteien oder zwei und mehr Parteien voraus verhält sich im Konflikt nur einer sich nicht idiotisch unterbleibt die fatale Versenkung das Phänomen Zwangspsychiatrie ist wenn man genügend Fälle kennt leicht zu entschlüssen wir brauchen nur die scheinbar unerklärliche Tatsache zu gründen warum bei gleichen sich täglich überall abspielenden Szenen derjenige welcher das Pech hat in einer sofort die Organe der Zwangspsychiatrie auf dem Plan rufenden Umgebung zu leben in in der Stadt landet während der andere welcher von Menschen umgeben ist die den Konflikt aushalten und austragen verschont bleiben außerdem ist die weitere Tatsache zu deuten warum wenn immer ein Konflikt zwischen zwei Menschen schliesslich in eine Einweisung mündet es mit Garantie denjenigen trifft der welcher im Arbeitsleben nicht integriert ist während seinem Arbeitsprozess Beteiligter Konfliktpartner frei bleibt das führt uns sofort auf die richtige Spur denn wenn wir jetzt noch wissen was die Welt im Indes zusammenhält löst sich das Rätsel und dann kommt eben die Beschreibung des Geldes und jetzt warum braucht es die Zwangspsychiatrie da kein vernünftiger und normaler Mensch sich degradieren lassen wie all die anfallenden Fließband Tölpel arbeiten freiwillig zu leisten müssen die Arbeitermassen mit einem Drohsystem gefügig gemacht werden die störenden und schlecht funktionierenden Elemente werden kurzerhand und aus nichtigen Gründen ihre Freiheit beraubt und mit halbtychischen Nervengiften gefoltert die solcher Art an einzelnen statuierten scharfen Exempel halten das ganze Volk in Schach nicht das ist jetzt muss ich auf wieder Freigabe beenden oder genau absolut also und vor allem das was wir heutzutage sehen ich sage immer zu den Leuten also mein womit ich mich lange befasst habe ist halt die Physik der komplexen Systeme und wenn sich so eine Art von Kriminalität etabliert so ein Unterdrückungssystem dann kann es sich selber nicht mehr eigentlich reparieren das wird eigentlich immer nur schlimmer das ist wie eine Maschine die sich vorantreibt und um das zu verbessern müsste eigentlich die Führungsregel sich selber rausschmeißen aber das machen die meisten Leute nicht das heißt dieses System ist eigentlich komplett verfahren und ohne externen Einfluss von Leuten die da wirklich auf das System von außen einwirken und da stoppen kann das System sich selber nicht mehr nicht mehr stoppen ich habe eigentlich noch eine Frage und zwar zurzeit läuft hier eine oder zumindest habe ich davon gehört eine Volksabstimmung bezüglich der Kinder und Erwachsenen Schutzbehörde weißt du was da dahinter steckt und was daraus geworden ist ja das wird nichts erstens wird das keine Chance haben und zweitens die werden sich dieses Instrument nie aus der Hand schlagen lassen das muss funktionieren das nicht was du ja schilderst was den Menschen angetan wird das sind auch Bestandteile dieser Herrschaft das sind die Methoden nicht das ist eine ganze Palette nicht der Staatsapparat mit Militär Polizei Justiz Anstalten Gefängnisse mit dem ganzen Personal das dahinter steht da werden die Menschen in die Zange genommen und du belegst wie wie der diese Staatsapparat die Geheimpolizei und die Menschen also buchstäblich vernichten kann auch und ich belege wie dieses Herrschaft früher war das Herrschaftsinstrument Inquisition jetzt ist es die Zwangspsychiatrie wie mit diesem Herrschaftsinstrument Zwangspsychiatrie das ganze Volk in die Zange genommen werden kann und so das System so funktioniert wie es so wirklich funktioniert wie es funktioniert Also es ist der absolute Wahnsinn am Anfang der Show haben Edmund hat ich gesagt also eigentlich als Insider als Leute die sich damit befassen als Rechtsanwalt so wie Edmund oder Ermittlerin wie ich und Physikerin wir haben einen Blick auf dieses System was eigentlich die Menschen die komplett unbetucht hier antreten gar nicht verstehen können also die normalen Menschen die nichts damit zu tun haben können gar nicht verstehen was hier zurzeit läuft also dass es hier um groß angelegte gezielte Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht das eigentlich also für mich sind diese ganzen psychiatrischen Anstalten Internierungslager wo es eigentlich gezielt auf die systematische und verdeckte Tötung von Menschen abgeht weil psychiatrische Probleme sind eigentlich komplett unabhängig von erwarteter Lebensdauer das heißt wenn da ein Drittel die Lebensdauer gedrückt wird im statistischen Durchschnitt das bedeutet dass ein paar Leute nach zwei Jahren abgekillt werden egal wie alt sie sind und es gibt so eine Verteilung aber das Haupt was dieses System eigentlich erreicht ist nicht für Menschen die Menschen zu betreuen oder sie zu schützen oder ihr Leben zu verbessern es geht darum das Leben zu zerstören und ich sage immer wenn man im Staat so eine wie soll ich sagen Wunde hat so ein Kriminelelement im Staat das wird nicht besser sondern diese Kriminalität ist so mächtig die verbreitet sich immer weiter und ich finde was in den Psychiatrien läuft ist immer vor allem auch für den Geheimdienst ein Versuchsteritorium was sie da mit den Leuten machen ist das was sie auf das Volk gerne ausweiten möchten und die ganzen Medikamente die dort ausprobiert werden die ganzen Betrugsmethoden Täuschungsmethoden Folter und Zwangsmethoden die werden dann perfektioniert und wirklich auf das Volk dann später angewandt und als du eben dieses Zitat lasst dass da sogenannte Ärzte sich darüber Gedanken machen welches Leben lebenswert ist also diese Nazis dann sind sie jetzt zu dem Schluss gekommen und das kann ich mit meiner eigenen Situation bezeugen dass mein Leben als eine junge Frau die nach Oxford gegangen ist weil sie im Jahrgang die Beste war und wirklich das Beste in der Forschung leisten wollte und Systeme reparieren wollte und wirklich neue Forschung leisten wollte diese Männer haben und es sind Männer die in meinem Fall zu tun hatten haben entschlossen dass mein Leben nicht lebenswert ist das heißt wenn überhaupt jemand irgendeine Entscheidung trifft dass sein Leben nicht lebenswert ist diese Person ist so höchst kriminell und so hoch höchst psychopathisch für diese Person ist eigentlich kein Leben lebenswert außerhalb der eigenen des eigenen Lebens also ich bin du hast mir die Augen geöffnet Edmund als du mir diese Sachen gezeigt hast dachte ich mein Gott jetzt wird alles klar also so wie ich das jetzt zusammenfassen würde die Leute und nebenbei was du jetzt ermittelt hast und uns gezeigt hast bezüglich der Schweizer Psychiatrie dass das von Eugenikern und Nazis eigentlich gegründet und aufgebaut wurde genau die gleiche zu dem gleichen Schluss sind die Amerikaner gekommen da gab es nämlich einen sogenannten ich glaube er hieß James Ewan Karen Ewan Karen oder James Karen ich muss ihn mir nochmal also er hieß wie ein Hollywood Direktor aber er war eigentlich im MK-Ultra-Programm dieser Gehirn- oder Bewusstseinsspaltung involviert und war dann glaube ich der Gründer der psychiatrischen Gesellschaft in Kanada dieser Mann ist ein Kriegsverbrecher das heißt die Amerikaner haben jetzt bemerkt unser ganzes System wurde eigentlich von einem Nazi Kriegsverbrecher hier aufgebaut also und dann und dann sollen wir uns dem Ganzen noch beugen und wenn ich das jetzt mit dem kombiniere was Gerhard Ulrich noch veröffentlicht hat dass diese ganzen was du da gezeigt hast dass Leute die sich an das europäische Gerichtshof an den Gerichtshofwänden abgeschmettert werden mit solchen Standardbriefen und mit solchen Unterstellungen dass ihr Gerichtsfall deshalb ja nicht nicht von einem Gerichtswahl profitieren würde oder von einer gerichtlichen Anhörung das ist doch höchst kriminell also was machen die Leute mit unserem Geld wirklich das ist da unglaublich was wäre jetzt zum Abschluss was wäre dein Rat für die junge Generation oder für die für die Schweizer was sollen sie jetzt machen um diese ganze Kriminalität unter Kontrolle zu bekommen ich bin absolut pessimistisch wenn du mich fragst nicht weil wenn ich die Geschichte betrachte die Jahrtausende die überblickbar ist das war immer das gleiche ich habe eine Phase der europäischen Geschichte mit zwei dicken Bänden studiert sicher 3000 Seiten von Karl der Große bis zum Fall von Konstantinopel 1453 ist immer das gleiche da sind da rangeln sich die stärksten oder die skrupellosesten an die Spitze alle die anderen skrupellosen warten irgendwie in den Startlöchern um auch ihn zu entmachten und selber die Spitze zu übernehmen kaum ist er gestorben kommen sie und reissen wie Wölfe das Stück auseinander und immer der gleiche Ablauf eine Epoche kommt da war oder die babylonische ägyptische griechische römische napoleonische Epoche alles kommt aber alles bricht irgendwann zusammen und das wird so wie ich es einschätze das werde ich ja nicht mehr erleben aber so wie ich es einschätze wird dieses System auch zusammen krachen wenn genügend Menschen aufgeklärt sind und das Betrugssystem erfasst haben aber dann ist für mich klar dann ich habe da ein Bild dafür das ist eine dreiseitige Pyramide dann wälzt sich die Pyramide mit Getöse eine Spitze bleibt immer oben und das nächste System wird genauso perfiden noch perfider sein wie das jetzige System in meinen Augen übertrifft alle vergangenen Systeme an Perfidie also wenn ich jetzt von diesem Pessimismus ausgehe und davon bin ich ausgegangen in meinem persönlichen Leben das habe ich eines Tages ist mir das klar geworden da war ich 52 Jahre alt dann habe ich mich entschieden mich in Serbien zurückzuziehen die Mutter meiner Frau hatte ein Bauernhöfchen und jetzt lebe ich seit einem vierten Jahrhundert auf diesem Bauernhöfen und das ist für mich die Lösung die Lösung ist jeder also es gibt in dieser Gesellschaft auch wenn man in der Gesellschaft ist kann man man muss ja nicht jetzt wie ich Bauer werden es gibt da Zürich beispielsweise die sogenannten Stadtindianer oder die Häuser besetzen es gibt immer für jeden Menschen wenn er das sucht findet er eine Nische für sich wo er nicht unbedingt einfach ein Tölpelarbeiter des Systemes ist sondern sich selber verwirklichen kann und das ist für mich einfach die Empfehlung welche ich allen Menschen gebe welche nicht an diesem System teilnehmen wollen dass sie für sich eine Strategie finden wo sie selbstbestimmt leben können und das selbstbestimmte Leben im Einklang mit der Natur das früher über Jahrtausende funktioniert hat das finde ich das genialste also ich bin jetzt da auf einem Bauernhöfen seit einem vierten Jahrhundert ich habe dann ein Pferd gehabt ich kann mit dem Flug meinen Garten ackern ich habe einen Obstbaum ich das ich habe Ziegen bekomme Milch kann Käse machen ich habe Hühner ich kann ich kann den Alltag hier verbringen ohne das ein völliger abgeschiedenes Bauern Dorf keine Durchgangsstraße nichts und das ist für mich für mich persönlich jetzt die genialste Lebensstrategie die auf dieser Welt möglich ist ja also das ist das ist wirklich sehr sehr interessant und dann eigentlich was ich unglaublich also ich komme aus Siebenbürgen und da gibt es auch noch sehr viele Regionen wo man noch diese Lebensart leben kann was ich beruflich jetzt immer mehr sehe und das haben ganz viele Opfer berichtet also du hast eben schon mal gesagt das System das wir jetzt haben das hat alle vorherigen Systeme bereits mit Perfilität übertroffen also zum Beispiel wenn ich jetzt hier sitze und mir dieses Interview anhöre jetzt wo ich hier sitze das haben die Leute nicht gesehen aber ich werde durchgehend beschlossen von zwei Schussanlagen die bei Nachbarn aufgebaut worden sind die sich wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen durch meinen Beschuss und meine Verstümmelung aber wenn das System jetzt wirklich will kann es uns durch Wände hindurch beschießen oder die Leute die implantiert sind gerade mit diesen Trick Implantaten wie die Augen Implantate es ist tatsächlich so sie können sich nirgendwo mehr schützen also es gab Opfer die sind nach Fernost ausgewandert es gab Leute die sind nach Lateinamerika und man berichtet jetzt mittlerweile überall verfolgt ein diese Chip Folter der Beschuss verfolgt ein ein paar Leute haben Ohren Implantate die bekommen dann durchgehend Beschallung von Geheimdienst Agenten 24 Stunden am Tag und in diesem System wir wurden glaube ich so in die Ecke gedrängt als einfache Menschen von diesen Schwerverbrechern ich sehe mittlerweile ich habe es probiert zu verwandten nach sieben Bürgen zurückzufahren und ich konnte einfach meinen Urlaub nicht genießen weil ich durchgehend gefoltert wurde und jetzt für mich persönlich besteht wirklich dieser Kampf darin dass ich finde eigentlich soll Edmund ich sage nicht dir dass du hast 40 Jahre lang gekämpft wie der beste Kämpfer hier du hast hier das Anwaltskollektiv aufgebaut und wirklich du hast eine 13 Gigabyte an Tausenden an Akten wo du Leute vertreten hast und für sie gekämpft hast wenn jeder das machen würde oder wenn jeder nur mal wöchentlich zwei Stunden mal das machen würde was du ein Leben lang gemacht hast dann hätten wir jetzt nicht diese Problematik und wenn ich verehre wirklich deine Arbeit so unglaublich und ich gönne es dir wirklich dass du jetzt in deinem Alter dieses Leben genießt aber für jeden der jünger ist und vor allem die Leute in meiner Generation und das sind auch sie meine werten Nachbarn die mich gerade beschießen würde ich eigentlich sagen dass wir uns jetzt überlegen sollten was wir hier aufgebaut haben diese Kinder und Erwachsenen Schutzbehörden sind eigentlich umbenannte Nazi Exterminierungswager und jetzt haben wir in unseren Nachbarschaften auch noch Staaten zu betrügen und uns gegenseitig den Verstand zu rauben mit diesem ganzen Scheiß also ich glaube ich möchte eigentlich den ganzen Leuten sagen die sollen dein Interview sich anschauen und mal wirklich einen Abend ohne Fernseher verbringen und mal ganz ganz hart darüber nachdenken was wir als Menschheit hier aufgebaut haben in der Schweiz und auch überall in Europa und in Nordamerika also ich ja wirklich ich glaube was ich als nächstes machen werde ich werde am Montag zu dem Rechtsanwaltskollektiv gehen und ich werde sagen dass ich den Gründer getroffen habe und ein Interview mit ihm gemacht habe und ich werde dort das Ganze wirklich ganz im Ernst mal unter den Kollegen mal verbreiten und sie auf dieses Interview aufmerksam machen und dann werde ich auch versuchen die ganzen Daten die ich ermittelt habe da auch reinzuschieben wenn dann Leute an das Anwaltskollektiv herantreten mit Fragen bezüglich Beschuss mit Mikrowellenwaffen oder verschiedenen verrückten Halluzinationen dass die Anwälte auch wissen was hier wirklich läuft und auch dementsprechend ja agieren könnten also das ist eigentlich für mich wäre das so das nächste Interview mit dir Edmund nachdem wir die jetzige Situation den Leuten erklärt haben ich möchte dass Sie meine lieben Zuschauer sich das genau durch anschauen die ganzen Dokumente durchlesen und in der Fortsetzung reden wir dann darüber was wir mit dem Ganzen machen werden und wie wir das Ganze am besten lösen können denn Hoffnung gibt es die amerikanischen Kollegen haben bereits angefangen diese ganze Großkorruption aufzurollen da sind ganz viele Geheimdienst Whistleblower wir haben den Gerhard Ullrich hier in der Schweiz der mit allen Mitteln gegen die Gerichtskorruption kämpft und ich glaube ich glaube da müssen wir ansetzen wir müssen das wirklich lösen denn wir sind mittlerweile alle in die Ecke gedrängt nicht nur ich und andere Opfer sondern ich glaube wir alle und wir müssten wirklich zurück zu dem Lebensstil den du da beschrieben hast Edmund also ich bin schwer beeindruckt von dem ganzen Lebenslauf und ich kann dir nur danken dass du die Zeit genommen hast heute Abend uns das alles zu erklären was hier wirklich läuft in der Schweiz und ich weiß das unglaublich zu schätzen ich möchte mich im Namen aller Zuschauer bei dir bedanken für die ganze Zeit dass du hinein investiert hast und auch in die Aufklärung ich hatte bereits schon ein paar Stunden die Edmund in mich investiert hat um mir überhaupt zu erklären wie das Ganze läuft und ich werde davon wirklich ein ganzes Leben lang schöpfen denn jetzt weiß ich was eigentlich zu tun ist und ich möchte eigentlich den Schweizer die noch nicht souverän geworden sind wirklich souveräner wie du mit ihrem eigenen Freistaat möchte ich eigentlich auffordern diesen Staat hier wieder souverän zu machen und mal diesen ganzen Scheiß aufzuräumen das ist ja wirklich unglaublich was hier läuft aber in Deutschland läuft es genauso aber hier in der Schweiz hat man zumindest noch die Chance dass das Volk mal eingreift also Edmund ich bedanke mich ganz herzlich das war ganz ganz besonders ich bedanke mich auch bei den Zuschauern und ich möchte Sie alle bitten sich die Webseite von Edmund Schönberger anzuschauen das ist edmund.ch und psychex.ch da finden Sie ganz viele Dokumente und den Opfern würde ich raten laden Sie die Dokumente runter und zitieren Sie bitte die ganzen Präzedenzfälle vor Gericht in Ihren ganzen Gerichtsklagen das ist jetzt Gold wert Sie haben jetzt 40 Jahre an Lebenserfahrung die Sie da runterladen können und einem Richter unter die Nase reiben könnten das war noch was also ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend auf Wiedersehen das war und ich wünsche Ihnen